Wir reisen heute nach Japan, wir treffen heute Ryan Reynolds, wir reden heute über Meisterdetektiv Kaccio und wir fragen nach dem Ende der Wahrheit, wir werden ein bisschen Tai Chi üben und wir gucken uns an, was Disney und Tarantino so demnächst geplant haben. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag und Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje, mit Etien und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben 250. Sendung oder was? Ja, für dich ist es die 250. Ja. Edi, was sagst du? Ja gut, wird schwer gegen Chelsea, aber was meinst du? Ja. Hast du Dings Liverpool gesehen? Ja. Alter, war es im Film, oder? Hast du Ajax gesehen? Ne, leider nicht, Alter, ich hab's nur gelesen, 96. Minute. Unglaublich. Unglaublich, das sind Wunder. Ich sag mal so, vielleicht gibt's ja heute, gleich geht's ja los, auch wieder ein Wunder und Chelsea kommt weiter. See what I did there? So getan, als ob Chelsea das Wunder wäre, wenn sie weiterkommen, Antje. Das sind die lustigsten Gags, die man erklären muss. Antje, was hast du denn zuletzt geschaut? Wirklich zuletzt geschaut, hab ich mit euch beiden gerade John Wick 3, aber da werden wir bestimmt noch mal in einer anderen Sendung drüber sprechen. Auf jeden Fall. oder auch Call of Duty The Movie. Genau. Ich möchte aber einen weiteren Teil der Reihe Antje holt Filmklassiker nach. Oh, jetzt hat's einen guten. Jetzt hat's einen guten. Ja. Und ich ärgere mich, weißt du, du schlägst mir wirklich jeden Film vor, nur den nicht. Ich hab nämlich High Fidelity das erste Mal geguckt. Und ... Hast du dich auch About Time nachgeholt, nachdem wir ... Nein, den hab ich nicht nachgeholt. Ach, den kanntest du schon, okay. Und was ist das für ein Wunder, Wunder, Wunderschöner Film. Ich mein, das ist ja wirklich, der ist ja auf mich zugeschnitten fast schon. Ein Typ als Hauptfigur, der in seinem Leben alles in Rankings ordnet. Also, mehr Seelenverwandter geht nicht. Dann, es gibt in dem Film den Satz, sie war Filmkritikerin, es ist der geilste Job der Welt. Ähm. Also, der ist so herzlich und so liebenswert und so melancholisch. Und dann hat er auch noch John Cusack, den ich wirklich immer noch sehr, sehr mag. Und ich hoffe ja so, dass der irgendwann noch mal eine richtig geile Rolle bekommt, dass der auch mal wieder als Schauspieler ernst genommen wird. Aber egal, zum damaligen Zeitpunkt wurde er als Schauspieler ernst genommen. Und selbst wenn man ihn nicht ernst genommen hätte mit dem Film, hätte man ihn wieder ernst genommen. Das ist wirklich ... Der ist ... Ach, der ist wundervoll. Und Jack Black ist auch richtig gut. Wurde ja quasi ... Ich glaub, der hat in Orange County schon mitgespielt davor, aber das ist so der ... Das ist sein Durchbruch fast gewesen. Ja, weil der so der Comic-Relief in dem Film wurde morgen gesagt, okay, wer ist der Typ, der ist lustig. Und ich mein, wenn er am Ende Dings hier singt, hier Marvin Gaye, find ich absolut großartig. Ich liebe die Szene mit Tim Robbins, wo sie ... Diese drei Fantasien, wo sie ihm auf den Rest davon ... Ja. Oder halt auch so diese ... Ach, weiß nicht, da gibt's so schöne kleine Momente. Eben, der ist nur ... Der besteht nur aus schönen Momenten, dieser Film. Ist ja, basiert ja auf einem Buch von ... Wie heißt der hier? Nick Hornby. Nick Hornby. Der auch About a Boy zum Beispiel gemacht hat, den ich auch sehr ... Kennst du den? Äh, ich glaub nicht. Den guck ich als nächstes. Welch ich nicht, aber basierend auf einem Nick Hornby-Roman sehr mag, ist dieser mit den Leuten, die sich auf dem Dach treffen in der Silvesternacht. Down, den hab ich als Buch. Den hab ich mal angefangen zu lesen. A Long Way Down. A Long Way Down, ja, hab ich das Buch angefangen zu lesen. Den find ich auch sehr, sehr schön. Kennst du den? Und hier, nee, den kenn ich nicht. Und hier der Dings, der mit dem, wo Ethan Hawke den Rockstar spielt. Ja. Der, hier, äh, Juliet Naked. Ach ja, stimmt. Genau, das war der letzte. Und den mocht ich auch sehr. Der ist auch ... Den kannst du ja auch mal gucken. Das ist ein guter Film für die Frau. Das klingt mit der Frau so. Für die Frau auch. Nein. Das ist ein schöner Film, den kann man als Mann mit seiner Frau gucken, weil ... Also ich find halt auch, aber High Fidelity ist wirklich, würd ich sagen, in meinen ... Kann man den als Rom-Com bezeichnen, so ein bisschen vielleicht in dem Genre? Aber das Genre ist ja immer so negativ. Ich mein, mit Rom-Com muss ja nicht immer nur Bridget Jones gemeint sein, sondern das ist ja schon, da geht's schon um Romantic Comedy. Heißt ja nur, es geht um Liebe und es ist ein eher auch lustiger Film und deshalb, find ich, passt der schon in die Comedy. Aber er hinterfragt die Romantik ja eher so. Das macht ja nicht. Also er ist ja so das Gegenteil eines Romantikers. Vielleicht ist er eher so ne Anti-Rom-Com. Würdest du 500 Days of Summer als ne Rom-Com bezeichnen? Ja. Ja? Ja. Was denn sonst? Ja, ich weiß nicht. Eine Romanze vielleicht einfach. Weil der Film geht ja noch ein bisschen ... Ja, deshalb mein ich dieses ... Ja, Romanze, keine Ahnung. Romanze ist sowas wie Casablanca. Ey, ich weiß nicht. Also das ist so ... Oder vom Winde verweht oder so. Das verbinde ich mit Romanze. Ich mein, aber das ist halt Romantik-Comedy. Ist gut, nur nebenbei um den Konzessionskrieg. Ja gut, aber trotzdem, die Liebesgeschichte ist doch das, was alle Leute da letztendlich sich dran erinnern. Keine Ahnung. Das ist so ... Vielleicht ne Tragi-Komödie. Ja. Das wär schon wieder ein bisschen ... Rom-Tragi-Com. Das Problem ist, dass Rom-Com ist irgendwie so negativ konnotiert mit so ein bisschen fast schon plumper, oberflächlicher Legally Blond-Kram oder, äh, wie heißt der, J ... äh, hier, Matthew McConaughey-mäßig. Genau, genau. Womanize. Aber das ist halt ... Für mich ist es halt genau wie beim Action-Genre. Gibt's halt auch 10.000 Abweichungen so. Das heißt, also für mich ist es schon noch in dem Bereich. Es gibt zum Beispiel, wie heißt der hier mit Ryan Gosling und Steve Carell? Ach hier. Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love. Super dummer Titel, der ganz viele Leute davon abschränkt, sich anzugucken. Aber es ist eine der besten Rom-Coms, die es gibt. Der ist super lustig, super smart, mit Emma Stone übrigens. Und, ähm, der ist einfach echt gut. Aber den würd ich auch als Rom-Com bezeichnen, aber der ist halt was ganz anderes wieder als High Fidelity und wieder was anderes als Bridget Jones und wieder was anderes als Notting Hill. Ja. Weißt du, also es ist halt, aber trotzdem ist das für mich mehr oder weniger ein Genre. Ja, mir gefallen dann mehr solche Filme, glaub ich. Ich mein, ich fand auch zum Beispiel hier den, weil wir jetzt gerade, weil ich jetzt gerade vorgestern, gestern, hab ich The Longshot gesehen. Der neue mit Seth Rogen und Charlize Theron. Der ist ja Notting Hill im Prinzip. Ja, ja, aber der geht für mich noch in diese, wie heißt der Break-Up? Damals mit Kathleen Heigl? Hieß der Break-Up? Knocked Up. Knocked Up. Knocked Up. Fand ich wirklich gut. Aber das ist ja auch so eine Judd Apatow. Genau. Die sind ja auch, im Prinzip ist ja auch, this is 40 oder so, da kann man ja auch überlegen, sind das Beziehungskomödien, wenn du so willst, oder so Beziehungsfilme, keine Ahnung. Ach, es ist schwer, man muss es ja auch nicht kategorisieren. Okay, letztendlich ist Heifengladdy einfach wirklich ein guter Film, wo es um die Liebe geht. Hast du 500 Days of Summer gesehen? Ja, den find ich auch super. Ja, den find ich auch super. Und das Schöne bei 500 Days of Summer ist ja auch, dass es da eben, dass er nicht so endet, wie, oder, ne, ich will den jetzt spoilen. Egal, guckt den euch ein, wenn du nicht kriegst. Super cool. Ja, er endet auf einer positiven Note, ohne die typischen Happy End Klischees zu bedienen. Ja, also, dass er, ne, ich will's nicht spoilen. Darf man's mal, kurzer Spoiler für 500 Days of Summer. Dass er sie nicht kriegt. Das war kein Spoiler. Ich hab's doch grad gesagt, dass jetzt ein Spoiler kommt. Okay, aber, naja. Die Leute werden ja wohl auch darauf hören können, wenn ich sage, ohne, dass es eingeblendet wird, ohne Grafik. Ja, wer weiß. So. Okay, was ist das? Ähm, naja, das mein ich einfach nur. Und ich hab den damals auch gesehen, als ich Trennungsschmerz hatte. Heifengladdy jetzt, oder? Äh, den auch. Ich hatte häufig immer in Trennungsschmerz. Äh, aber ich mein jetzt grad 200 Days of Summer. Und der hat mir echt geholfen irgendwie. Das hat mir geholfen, weil im ... Weil du sonst immer nur Filme, Beziehungsfilme kriegst, wo am Ende das Pärchen oder er die kriegt, die er will. Oder dass sie sich dann doch kriegen oder irgendwie so in der Regel. Und deshalb fand ich, fand ich das so ein Film, wo er sie nicht gekriegt hat, die er eigentlich will. Versteht ihr, was ich meine? Ja, voll. Ja, ja, aber du guckst so. Ja, na, na, jetzt ... Also, alles gut. Alles gut. Na, na. Love Story zum Beispiel ist auch ein Thema, wo es nicht so unbedingt ist. Aber jetzt, also ... Ich sag ja nicht, dass es nicht Filme gibt, wo das nicht so ist, Leute. Versucht doch mal ... Oh, ihr seid echt auch so krasse Klugscheißer geworden. Das stimmt nicht. In meiner Tatumarkt von 80 Millionen Filmen gibt es einen weiteren Film. Love Story von wann? Von 49? Ja, der sticht positiv hervor. Das sind ja eben die Filme, über die man spricht. 500 Days of Summer und Love Story. Genau, ich rede ja gerade von Rom-Coms. Und bei Rom-Coms ist es ja meistens so, dass es ein klassisches Happy End gibt. Er kriegt sie. Und bei 500 Days of Summer kriegt er sie nicht und lernt aber, ey, lebe, geht weiter. Und das hat mir an 500 Days of Summer gefunden. So. Und jetzt, fuck you, fuck you. So. Soll ich mal ... Ich hab viele Filme gesehen in letzter Zeit, weil ich ja seit Japan nicht mehr da war und einfach im Flugzeug viel geglotzt hab. Woüber soll ich was sagen, Daniel? Naja, ich glaub, die Leute wollen auf jeden Fall wissen von ... Also, von dir am ehesten noch wissen, was du zu Avengers Endgame sagst. Avengers Endgame. Ich hab so viele andere interessante Sachen gemacht. Zum Beispiel Fighting with my Family. Okay. Hast du gesehen? Ja. Wie fandst du den? Den haben wir letzte Woche gesprochen. Also, sehr sympathisch und sehr lustig. Und Steven Merchant. Ja, ja. Steven Merchant. Die Stimme, die ihr kennt zum Beispiel aus Portal 2. Oder natürlich als der kongeniale Partner von Ricky Gervais. Aber habt ihr das schon besprochen? Gut. Ja, Endgame. Nein, den fanden wir auch gut. Endgame war halt so ... Hatte ein paar richtig geile Szenen, wo ich Gänsehaut gekriegt hab. Am Ende mit den Portalen, wo die da alle kommen und so. Wobei das auch einerseits klar war, dass es ja irgendwie passieren musste. Aber der Moment war dann eben doch irgendwie geil. Ey, warte mal. Lass uns einen Spoiler machen. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass die Russo-Brüder gesagt haben, nach zwei Wochen darf man spoilern, weil die davon ausgehen, dass sie ihn alle gesehen haben, die ihn sehen wollten. Nach dem Einspielergebnis stimmt das ja auch. Genau. Es gibt jetzt niemanden mehr, der diesen Film nicht gesehen hat. Ja, Platz zwei, ne, auf der ewigen besten Liste. Ja, noch. Noch. Also, jedenfalls gab's aber auch ein paar Szenen. Also, ich fand, hab ich auch vorhin Antje schon drüber geredet. Ich fand's, am Ende war's mir ein bisschen too much. Da hätt's diese Captain America-Szene und so jetzt für mich nicht mehr gebraucht irgendwie. Das war mir dann auch dieses Schild noch mal übergeben. Ich hab auch vorhin schon zu Antje gesagt, für mich ist das Schild ein Captain America-Ding, der Hammer von Thor, der gehört zu Thor. Und wenn Falcon irgendwas geiles will, dann muss er halt die geilen Flügel von Falcon etablieren oder so was. Er soll sein eigenes Ding kreieren. Nicht einfach das Schild. Das verbinde ich halt mit den Charakteren. Ich find, das ist so beliebig, wenn man das einfach weitergeben kann. Wenn mir zehn Jahre oder zehn Filme oder wie viel ... Nee, zehn Jahre, zweiunddreißig Filme, äh, suggeriert wurde, Captain America hat das Schild, Thor war den Hammer. Der Jeremy Renner weiß kein Mensch, was er hat. Ähm, das war auch so. Da gehen die zusammen auf die Mission. Er ist Scarlet ... Nee, nicht Scarlet Johansson. Ich muss auch nicht verwechseln mit Scarlet Witch. Es sind zwei Unterschiede. Also, Scarlet Johansson und Jeremy Renner. Wer hat dieses Team eingeteilt? Und scheiß. Peter Jackson, äh, Phil Jackson nicht. Aber hier von Chicago. Die haben doch im ersten schon etabliert, dass sie sich ... Genau, die waren doch schon immerhin. Ja, aber es geht doch nicht darum, wer sich mag. Ja, aber es wär doch total sinnlos. Okay, hier haben wir die zwei krassesten. Hier haben wir Hulk. Hier haben wir Toy und Captain America. Und was hast du? Neun Millimeter. Alles klar, ihr zwei. Du mit dem feinen Bogen, du mit der neun Millimeter. Ihr geht da rein. Was ist das denn für eine Scheiße? Weil, oh, sie hat ein volles Magazin. Ich hab grad John Wick gesehen, Alter. John ... John Wick würde Scarlet Johansson so krass auseinandernehmen. Ach, das geht. Oder? Und den anderen ... Wie heißt der denn überhaupt? Hawkeye. Den auch noch. Den auch, die Hawkeye noch hinterher. Ja. Aber die sollen ja zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig kaputt machen. Ja, aber du weißt ja nicht, auf wen sie treffen, das mein ich. Und dann, wie sie sich gegenseitig ... Das war irgendwie fast schon lustig. Ich weiß, es sollte tragisch sein, aber wie sie sich drum streiten, wer sich jetzt in den Abgrund wirft. Ja, okay. Also, das war so ein bisschen aufgesetzt. Dann dieses Zeitreise-Ding fand ich eigentlich ... Okay, auch wenn's keine neue Idee ist, weil's ja wirklich im Prinzip zurück in die Zukunft ist. Ähm. Aber das fand ich ne interessante Idee. Mittelmäßig umgesetzt. Da hätte man viel mehr draus machen können. Dann schickst du Hulk da irgendwie zurück, und dann ist der Hulk aber irgendwie ne halbe Stunde auf dem Dach und unterhält sich, wo ich mir denke, da hätte man ... Also, das macht Zurück in die Zukunft halt, wie gesagt, tausendmal besser. Ähm, da hätte ... Und dann fängt's auch an, das ist halt immer so bei diesen Zeitreise-Dingern, dass du irgendwie ... Ich weiß, die versuchen's zu erklären, du kannst aber die Logik nicht ausstellen. Äh, wenn Captain America am Ende zurückkommt, was heißt denn das jetzt? Dass alles, was davor mit Captain America passiert ist, dann doch nicht passiert ist, weil ja ... Ich check's einfach nicht. Oder ist das jetzt ein Paralleluniversum? Captain America kann irgendwie ständig zwischen Paralleluniversen springen und so. Ach, Leute. Wir werden's nie erfahren wahrscheinlich. Aber insgesamt, muss ich sagen, war das ein rührender Abschluss. Bei der Beerdigung hatte ich auch echt ein Kloß im Hals. Ähm, das war irgendwie ... Das war irgendwie schon nice. Und es war alles sehr episch. Und, ähm ... Ich glaube, man kann ... Damit kann man leben. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der überkrasse Marvel-Fan. Insofern, äh, für mich ist das ein Abschluss, der komplett konform geht mit dem, wie sie sich halt bislang auch präsentiert haben. Also, insofern passt das. Aber es sind natürlich die gleichen Kritikpunkte, die ich an Endgame hab, wie an jedem Marvel-Film. Aber ich versteh natürlich ... Was soll ich kritisieren, wenn der Film zwei Milliarden in einer Woche einspielt? Da kommst du ja auch bescheuert vor. Also, äh ... Also, was willst du denn da groß kritisieren? Das ist so, wie wenn du Messi kritisierst, dass er den Freistoß mit links reingeballert hat. Obwohl rechts ... Aber rechts ist ein starker Fuß. Und dann so, ja, und? Guck, der hält grad ... Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Messi halt grad raus ausgeschieden ist. Aber er hat trotzdem noch dieses geile Tor vorgeschossen. Ja. Das war ja auch ein Freistoß, oder? Ja, ja, im Spiel davor. Ja. Also, insofern. Ja. Drei Sterne. Für was willst du ... Dreieinhalb hast du gegeben. Hab ich dreieinhalb gegeben? Ja. Ja, okay. Ja, manchmal tut sich da bei mir auch noch was bei Letterboxd, dass ich dann noch mal im Nachgang ... Weißt du, wenn der Nachgeschmack kommt? Ja, ich hab gestern zum Beispiel ... Hab ich Logan Lucky gesehen, noch mal. Also, hab ich einfach nebenbei laufen lassen. Man fand's nicht mehr so geil. Und, ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich hab den halt auf Deutsch laufen lassen, weil ich den vorher auf Deutsch noch nie gesehen hab. Ja, und auf Deutsch verliert der Film eindeutig, ja. Das ist ... Aber ist nicht immer Kriterium. Also, jetzt grade nur da, aber ich muss trotzdem sagen, ich mag den. Wenn die Kleine da, wenn die Kleine am Ende auf dem Schönheitswettbewerb steht und Country Road singt, da hat der Film nicht. Aber man muss auch sagen, man tut ja auch Filmunrecht, wenn man die Anspruchshaltung an einen Film hat, dass er mehrmals funktionieren muss, find ich. Das ist ein ganz neues ... Also, das ist ja ein Kriterium, das funktioniert bei manchen Filmen und sicherlich auch bei den meisten Klassikern. Aber ich finde nicht, dass man ... Also, zum Beispiel Sixth Sense ist so ein gutes Beispiel. Wobei der vielleicht beim zweiten Mal sogar noch Bock macht, weil man dann das überprüfen kann. Aber generell gibt's eben auch Filme, die sind einfach für ein erstes Mal gucken, für ein einmaliges Gucken gemacht. Da sind alle Überraschungen drin, die eben die emotionalen Momente dann auch auszeichnen. Und wenn die emotionalen Elemente oder die Überraschungselemente nicht mehr in dem Film so gegeben sind, dann nimmt er dich auch nicht mehr so mit. Das heißt, es ist eigentlich auch unfair, von einem Film zu erwarten. Er muss mir auch nach dem zweiten und dritten Mal genauso gut gefallen. Aber ich glaube, die Filme, die einem dann beim zweiten und dritten Mal noch gefallen, auch über Jahre, das sind dann die, an die man sich ... Das sind sicherlich dann auch ganz besondere Filme, die auch irgendwie was gemacht haben mit einem oder so. Das seh ich auch so. Deshalb sind es dann eben die Klassiker. Aber es gibt ja auch abseits von Klassikern gute Filme, wie zum Beispiel Drag the Cross Concrete. Der leider aber auch unter seinem Potenzial bleibt, weil er sich nicht so richtig entscheiden kann, ob er, was er eigentlich sein will, an den falschen Stellen meiner Meinung nach, die Tonalität ändert und sich somit selbst so ein bisschen seiner Härte und seiner Glaubwürdigkeit nimmt. Und ja, du hast es geschrieben. Mich hat's ehrlich gesagt nicht gestört, aber ich hab ihn auch in zwei Sessions geguckt. Die langen Dialoge in den Autos und dieses Gelaber. Ich mochte das, weil ich einfach die beiden Darsteller so mag und irgendwie auch Bock hatte und denen auch so richtig schön Fleisch gegeben hat. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich da durchlangweilt. Also, das ist auch echt, glaub ich, Geschmackssache, wie man so was findet. Was hab ich noch geguckt? Ja, Escape Room, zweieinhalb Sterne. Ach, den fand ich okay. Den hab ich neulich auch noch mal geguckt. Nachdem du den gesehen hast, dachte ich, den kann ich auch noch mal gucken. Der war halt einfach auch zu läppsch. Der hatte ganz geile Ideen. Aber der hat ja kein Blut. Vor allem ne halbe Stunde vorher. Das ist 18 unter den Horrorfilmen. Ja, vor allem ne halbe Stunde vorher merkt man schon, jetzt steuern sie nur noch darauf hinaus, dass es ne Fortsetzung gibt. Ja gut, das, aber da muss mehr Splatter rein in den Filmen. Also, das war halt so, das war ja quasi ein FSK-12-Horrorfilm. Das war so für Teenies. Das war so für Teenies. Das war so für Teenies. Ja, wer will das? Teenies wollte ich das vielleicht. Ja, gut, aber ich bin halt kein Teenie. Ich kann ja nicht Bewertung abgeben, als ob ich zwölf wäre. Bumblebee 3. Bumblebee 3? War ich schon. War ich ein bisschen ... Hast du drei Sterne? Nicht abo. Bumblebee 3 Sterne. Da war ich ein bisschen enttäuscht, nachdem ihr mir so, Alter, E.T., der für die neue Generation gehypt hat, muss ich sagen ... Ja, aber er war doch E.T. Ja, die Trope, die Story-Arc ist ne ähnliche, aber hat natürlich wenig von dem Charme von E.T. Aber sie ist ... Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Eddie Steinfeld. Ja. Die war auch in so nem ... True Grit. Nee, ja, ach, das ... Von Kenneth's Song Save Your Life war sie auch dabei. Den kenn ich nicht. Ich meine, so nen anderen Sweet Sixteen oder so heißt der. The Edge of ... Seventeen? Ja. The Edge of Fifteen? Age of Seventeen. Age of Seventeen, glaube ich. Age of Seventeen, wo sie so ne pubertierende Rotznase spielt. Der ist so schön, den kennt kaum einer. Der ist gut, der ist gut. Da ist sie mir das erst mal aufgefallen. Da hab ich sie jetzt wieder erkannt. Die gefällt mir, die Schauspieler mag. Ähm, wobei die, glaub ich, hab ich mal ein bisschen recherchiert. Zufällig privat so, glaub ich, ein bisschen ... Ist schon so ein bisschen so ne Insta-Bitch. Hängt so mit Miley Cyrus ab, geht so auf die Partys mit den Kardashians und so, glaub ich. Würdest du's nicht machen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Aber ich sag's nur, ist dann ... Aber vielleicht ist das auch genau die Disky-Fans, die du brauchst zwischen deinem Real Life und ... Ja. Und über Pokémon reden wir ja gleich. Genau. Deswegen machen wir jetzt erst mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Bis zum nächsten Mal. Und deshalb bitte ein Bit. Du willst jetzt losgehen. Ich hab vergessen, dass wir nicht live sind. Ich dachte, es ist ein Werbe-Break. Ja, Freunde, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ich würd sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Kino-Start der Woche, oder? Hau rein. Sollen wir vielleicht erst mal den Supercut zeigen? Genau. Aber das würden wir sowieso machen, wenn ich sage, fangen wir an mit dem Kino-Start der Woche. Du bist grad schon so reingegangen. Nein, 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 immer, wenn ich das sage, kommt in der Regel eigentlich erst der Supercut und so ein ... Ja, bitte. Pika, Pika! Nichts. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, du hast gerade eben etwas Interessantes gesagt. Du möchtest gerne Stan und Olli sehen. Ja, dick und doof bin ich mit aufgewachsen. Also, klingt ein bisschen doof, weil ich bin nicht in 1930 geboren. Aber ich erinnere mich noch Spaß am Dienstag oder Western von gestern und so. Da gab's dann auch immer so Buster Keaton. Damals, als man nur drei Fernsehsender kannte. Ja, und da gab's eben auch viel tatsächlich noch hier und da dick und doof im normalen Fernsehen. Ich glaub, das waren auch oft, waren das immer nur so, ich erinnere mich gar nicht mehr, so fünfminütige Werbebreaks oder so Geschichten. Also, auf jeden Fall kennt man das, kannte ich das. Also, ich glaube, viele junge Menschen, Leute, die kennen das zwar so vom Erzählen, weil dick und doof irgendwie so ein Name ist wie Popeye oder so. Man kennt den Namen, aber wer hat wirklich schon mal was von Popeye gesehen so ungefähr? Wahrscheinlich die wenigsten. Stimmt. Also, die Zeichentricks. Ja, das ist einfach, weil die Zeit einfach vorbei ist. Und wenn du jetzt auf Netflix gehst, und du siehst ja, was die Kids gucken, die haben halt ihre eigenen Geschichten. Und wir waren aber noch so ein bisschen, wir haben noch Buster Keaton-Sachen und, ja, hier ist Stan. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin und Stan und Ollie und so. Das würd mich mal interessieren. Du bist wahrscheinlich gar nicht mit Stan und Ollie in Bekürzung gekommen. Du hattest mir mal erzählt, du hattest im Vorfeld überhaupt keinen Bock auf den Film. Ja, weil ich hab halt generell ein Problem, wenn erwachsene Menschen sich richtig, richtig, richtig dumm machen. Und diese Figur, die sie verkörpern, nur daraus besteht, dass sie dumm ist. Da gehören dick und doof dazu. Da gehört zum Beispiel auch Mr. Bean dazu. Da gehören solche Fünfte wie Dumm und Dümmer dazu. Und deshalb hatte ich wirklich keine Lust, weil ich dachte, vielleicht besteht der Film ja zu weit. Aber warum findest du das doof? Weil mir das super unangenehm ist. Also, ich hab so einen Fremdcharme. Also, bis Stromberg geht und alles, was darüber hinaus ist, find ich wirklich einfach richtig unangenehm. Ich hab da körperliche Schmerzen, wenn ich das sehe. Da lebst du mit Dummheit zusammen. Das ist auf jeden Fall gute Medizin, weil die machen nur dumme Scheiß, wo du dir sagst, why? Naja, und so, also, ich hatte halt gedacht, wenn der Film jetzt irgendwie zu 50 Prozent aus nachgestellten Dick-und-Doof-Szenen besteht, dann werd ich da keinen Spaß dran haben. Aber ist ja gar nicht. Man hat eine Szene, wo man sieht, wie sie ... Ich glaub, wo man sie im Kino auf der Leinwand sieht, ist ja, glaub ich, eine. Und dann hat man noch zwei, drei Momente auf der Bühne. Aber sonst geht's ja wirklich um die beiden. Das ist ja eher eine autobiografische Geschichte. Ja, also, es geht eigentlich in diesem Film primär um die Zeit nach ihrer großen Karriere. Also, der Ruhm ist schon so ein bisschen verblasst. Und es gibt auch noch so einen kleineren Konflikt, der unter den beiden schwelt, der nie irgendwie thematisiert oder ausgesprochen worden ist zwischen den beiden. Aber sie haben halt beschlossen, auf eine England-Tournee zu gehen. Und ja, müssen halt feststellen, dass sie halt längst nicht mehr die Stars von einst sind. Und dass die Seele, für die sie da gebucht worden sind, dass die halt wirklich nicht so sehr gut ... Also, nicht so wirklich gut besucht sind. Und deswegen entschließen sie sich, beziehungsweise werden sie halt von diesem schmierigen Manager, der es aber so geschickt macht, muss ich sagen, werden sie halt dazu gebracht, so ein bisschen Promo für die Tür zu machen. Was halt zum einen, sag ich mal, auf die Gesundheit von Stan Laurel geht. Nee, von Oliver Hardy, Entschuldigung. Und zum anderen halt dann auch die Beziehung wieder ein bisschen brüchiger macht. Also, das ist ungefähr die Geschichte. Wahnsinn, wie gut die gecastet sind. Und ich muss auch sagen, die beiden spielen das wirklich fantastisch. Also, ich finde, es ist ein ganz charmanter, kleiner Biopic-Film mit zwei hervorragenden Darstellern und sehr viel Herz. Und das, was Antje beschrieben hat, finde ich, wenn man so die ganzen Dick-und-Doof-Sachen halt noch von früher kennt oder Stan-und-Oli-Sachen kennt, dann sieht man dann doch viel mehr noch aus den Filmen, die halt auch in den Alltag mit eingewoben werden. Hier die berühmte, die berühmte Cover-Nummer, wo er sagt, kannst du mal halten? Und dann rutscht der Koffer runter. Das kann ich aber zum Beispiel. Ja, ja, aber das bauen die halt noch in ihr echtes Leben mit ein. Und dann gibt's auch, wenn sie ins Hotel einchecken, da gibt's so ... Du musst nur sagen, dass das die Inspiration war für den ... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, die beiden, also, was mir dieser Film irgendwie ... Also, so wie der Film ... Also, so wie ich den Film aufgefasst habe, ist es immer so, dass die beiden halt auch das Genießen, ihre Routinen immer wieder in den Alltag mit einfließen zu lassen oder aus diesem Alltag auch die Routinen rauszuholen so, ja. Und die beiden sind halt so ein eingespieltes Team eigentlich, wenn's um den Comedy-Aspekt geht oder Leute dazu bringt, also, wenn's darum geht, Leute zum Lachen zu bringen. Dass das John C. Reilley ist, das check ich einfach nicht. War's auch ... Es war er, der für den Golden Globe-Neminist, war nicht Steve Kugeln. Und, ey, John C. Reilley ist auch wirklich ... Obwohl der dieses komische, befremdliche Monsterkinder hat, der ist so gut. Der ist so gut. Und weil die beiden so wahnsinnig gut spielen, nimmt man denen auch Szenen ab, wo ich sage, wenn die weniger gut gespielt wären, würden die so konstruiert und so unangenehm dramatisch irgendwie wirken. Also, Stichwort Bett. Ich nehm das mal nicht vorweg, aber du weißt, was ich meine. Genau. Und dadurch, dass die aber auch diese enge Verbindung zwischen den beiden so glaubwürdig verkörpern, und es gibt eine Szene, da gibt's einen Dialog, wo sie ausdiskutieren, wie traurig der jeweils andere war, als der andere mal alleine was gemacht hat. Und man glaubt denen, dass die so eng miteinander sind und das erdet diesen Film selbst in Szenen, wo man denkt, ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Ja, aber dann wiederum schafft's der Film halt auch einfach, ja, ne gewisse Erdung zu bewahren. Also, der dreht nicht so künstlich dramatisch auf oder so. Also, du kriegst nicht so die Szenen so, oh, Stan, was hast du mir damals angetan? Oder irgendwie so was? Also, das ist so auch melodramatisch. Ja, es ist nicht so melodramatisch, sondern das sind teilweise echt einfach ganz, die Szene, die Antje eben angesprochen hat, ganz wundervolle Momente, die einfach mal stehen gelassen werden, wo eben nur dieses Gespräch und der Austausch von Gefühlen zwischen zwei Menschen steht. Und das fand ich echt gut. Ich esse die nächste wahnsinnig toll fand, der Film beginnt mit, ich glaub, einem One-Shot ist es nicht. Ja, nicht ganz. Aber der Film beginnt mit einem minutenlangen Gespräch zwischen den beiden, wie sie durch so ein Hollywood-Filmset laufen und sich so austauschen über sich, über die Zeit, wie das im Filmbusiness war. Und das ist alles. Und man guckt das, und das ist so voller Detailiebe. Man kann das Setting um sie herum so entdecken und so ganz viele kleine Ideen entdecken, was so um sie herum gerade passiert. Und das ist eigentlich so unaufgeregt und so, da passiert gerade gar nicht Großes. Und trotzdem merkt man, in jeder einzelnen Szene steckt irgendwie Liebe. Und das zieht sich dann durch den ganzen Film. Ich glaub, in der Branche würde man sagen, das ist so ein Film für, wie heißen die? Good Ager? Nee, wie heißen die? Best Ager. Best Ager. Also so Publikum Ü40 irgendwie aufwärts. Aber ich find, wenn man mal irgendwie auch so ein kleines, entspanntes, gediegenes und dann halt auch herzliches Biopic hat, kann man sich problemlos auch unter 30 angucken. Würde ich jetzt drauf. Okay. Ja, klingt gut. Bin ich froh, dass ihr nicht sagt, dass das irgendwie so, irgendwie voller Schrott ist oder so. Nee, nee, nee. Ja, so. Jetzt machen wir mal die Kontroverse auf. Diese Woche läuft ein Film an, der ist so eine Mischung aus Zeichentrickfilm und Dokumentation. Der heißt Kleine Germanen. Und ich sag mal so, handelt im Prinzip davon, wie es ist als Kind unter rechtsideologischem Gedankengut aufzuwachsen. Ich denk mal, ne? Also es geht, es wird unter anderem eine Geschichte nacherzählt mit diesen Zeichentricksequenzen von einer kleinen, von einem kleinen Mädchen namens Elsa, die halt, ja, nach dem Krieg aufgewachsen ist und dann aber halt wirklich sehr unter dem Einfluss ihres Großvaters stand, der halt noch wirklich die ganzen Werte, Ideologien und Traditionen und was weiß ich, an diese Kleine weitergegeben hat, bis sie halt selbst wirklich komplett in diesem rechten Milieu halt einfach drinsteckt und die Überzeugung halt dann auch teilt und auslebt. Und parallel dazu werden halt bestimmte Menschen aus dem, ja, Identitären, Neuen Rechten und was weiß ich, NPD-Umfeld gezeigt, die halt so ein bisschen ihre Kindheit rekapitulieren und sagen halt, wie sie damals halt, wie nennen sie es, eingerahmt wurden von bestimmten Werten, bestimmten Ansichten, bestimmten Lebensweisen, Disziplinen und so weiter und so fort. Ja, und daraus machen die beiden Macher halt, wie gesagt, so ein Porträt, wie es halt ist, genau unter solchen Umständen aufzuwachsen. Genau, es gibt unter den Interviewpartnern aber auch noch einen Aussteiger. Stimmt, es gibt noch einen Aussteiger. Es gibt ein, zwei professionelle, irgendwie so Forscher, Psychologen, die sich damit auseinandersetzen. Also unter den Interviewpartnern sind nicht nur Rechtsgesinnte, sondern auch noch andere Leute, aber ich hab schon das Gefühl, dass die Zeit für die Interviews hauptsächlich für die Rechtsgesinnte. Vor allem, weil man halt eigentlich fast alle, die halt nicht den anderen Leuten entsprechen, die hört man fast nur aus dem Off. Also man sieht die nicht. Man sieht eigentlich im On, sieht man halt eben nur hier den jungen Herren da aus der identitären Bewegung in Österreich, die beiden Eheleute mit ihren sieben Kindern von den neuen Rechten und die NPD-Dame und so weiter und so fort. Und ja, also ich, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein komisches Gefühl, macht dieser Film. Ja. Ich fand zum einen komisch, dass er dann den Leuten da doch ein bisschen viel Plattform bietet, um gewisse Ansichten und, sag ich mal, auch Themen ihrer täglichen, ihres täglichen Politlebens da irgendwie unterzubringen. Aber gleichzeitig, ja, zeigt er halt auch ein bisschen so die andere Seite und gibt den Leuten halt auch die Gelegenheit, sich über Sachen, sag ich mal, zu äußern, zu denen würden wir uns auch negativ äußern oder die finden wir auch bedenklich so. Also, das, äh, das ist schon ein deutlich breiteres Bild, was man hier bekommt. Nichtsdestotrotz ist es bedenklich. Ja, und dann diese Geschichte von dem Mädchen, da könnte man meinen, ja, das ist eigentlich auch ein Film, der irgendwie im ZDF laufen könnte und, und halt von so einer Aussteiger-Story erzählt so, weil da wirklich alle Stationen drin sind, die man vielleicht gerne mal als einfach Klischee bezeichnet. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Das basiert auf einer wahren Geschichte, ja. Und dann denkst du halt so, das ist doch alles Klischee, das ist doch alles erfunden oder sonst irgendwas. Aber ja, es geht dann trotzdem aufgrund der Inszenierung und aufgrund eben dessen, was gezeigt wird, ging mir das an die Nieren. Also, fand ich schon nicht verkehrt. Ja, es klingt jetzt so, was ihr sagt, interessant. Weiß nicht, ob ich mir den im Kino geben muss, aber, äh, klingt auf jeden Fall nach etwas, was man sich mal vielleicht anschauen sollte. Ähm, aber ich kann's, wie gesagt, überhaupt, noch nichts davon gehört, gelesen, gesehen. Ja, also, wie gesagt, tut mich jetzt ein bisschen schwer, da eine Meinung abzugeben. Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen? Ja, ich bin halt auch so zwiegespralten. Ich hab ihn mir angeguckt, wusste gar nicht, wie ich das einordnen soll, hab ihn direkt danach nochmal geguckt, weil, das muss man sagen, der ist ja schon recht kurzweilig und so weiter. Was ich halt schwierig finde... Und kurz. Ja, genau. Auf der einen Seite... Sieben Minuten. Ja, aber eine Stunde zwanzig oder so. Ja, genau. Auf der einen Seite find ich's irgendwie gut, dass man sagt, wir lassen eine möglichst diverse Diskussion zu, da gehört nun mal eben auch dann dazu, dass man nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite zeigt. Auf der anderen denk ich mir aber, warum müsst ihr dann noch Namen und so einblenden von Leuten, die man auch kennt, wenn man sich so ein bisschen... Wenn man nicht geschlafen hat, was in den letzten Jahren so politisch in Deutschland passiert ist. Ähm, oder auch über deutsche Grenzen hinaus. Warum muss man denen... Ja, warum muss man denen eine Plattform bieten? Was ich aber verstehen kann, wenn man sich nicht auf eine Seite festlegen will, weil dann könnte man dem Film vorwerfen, er gibt eine Meinung vor und er drückt alles in eine Richtung. Ich glaub, das ist ja so eine allgemeine Debatte, wie sehr darf man, äh, solche, äh, rechtsextremen Sachen überhaupt in der Öffentlichkeit diskutieren und so. Da, ich weiß auch nicht, ob, ich bin da auch immer hin und her gerissen zwischen einerseits, ähm, darfst du dem natürlich nicht, ähm, zu viel Bühne geben, ähm, weil auch immer die Gefahr besteht, dass Leute dann da drauf anspringen. Auf der anderen Seite, ähm, glaub ich halt immer, wenn man, wenn man die Argumente tief, also wenn man argumentativ im Recht ist, das klingt natürlich so blöd, aber wenn man auf der, also man hat ja die besseren Argumente eigentlich, wenn man beim normalen Menschenverstand ist, so seh ich das zumindest, dann kann man auch sich auf so einen Dialog einlassen, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv, ähm, aber natürlich, wenn man verstehen will, wie irgendwelche Bewegungen zustande kommen oder, oder Meinungen oder Denkweisen oder Sichtweisen, dann finde ich, ist das, ähm, dann muss man's ja irgendwie auch zeigen. Also dann musst du's ja irgendwie auch zeigen, ähm, auf die Gefahr hin, dass es manche vielleicht dann sogar gut finden, aber das ist dann eben die Gefahr. Aber letztendlich, ähm, muss man ja auch irgendwie Aufklärungsarbeit betreiben. Und genau mit dieser Diskussion saß ich halt die ganze Zeit davor. Aber wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ob der Film das schafft, ob er's gut macht oder nicht, so müsste ich jetzt mir angucken. Also am Ende ist er schon sehr auf der Seite, das sieht man ja auch daran, dass er dieses Schicksal so als ... NPD. Das sieht man ja auch daran, welches, dass er sich das Schicksal dieses Mädchens ausgesucht hat, so als Mittelpunkt, ist er schon auf der Seite der, also auf der richtigen Seite, sagen wir mal so. Was, äh, hier die Filmbewertungsstelle hat dem ja das Prädikat besonders wertvoll gegeben. Und da gab's einen Absatz, den würd ich gern mal vorlesen, das fand ich nämlich auch dann das Thema so, das, was ihr jetzt gerade eben besprochen habt. Ähm, da sagen sie, die durchaus berechtigte aufkommende Frage, ob Teile oder einzelne Motive des Films auch von rechtsextremer Seite missbraucht werden könnten, diskutierte die Jury ausgiebig. Immerhin bildet der Film aufgrund seiner mitunter zarten Töne eine durchaus romantisierende Vorstellung von Familie ab. Allerdings, so die eindeutige Antwort der Jury, berichtet der Film in seiner vollen Länge eindeutig über das Erwachsenwerden, Insektenähnlichen Strukturen, die auf ein Leben aus Hass und Lügen vorbereiten. Würde ich mitgehen. Ja, also soviel zu dem Thema. Ich muss sagen, also sollte man sich schon mal ansehen, vielleicht kann man dadurch halt auch einfach mal seine Meinung ein bisschen auffächern, so gesehen. Die muss ja nicht irgendwie in die Grundfesten eingerissen werden, so. Aber zumindest, dass man mal ein gewisses, ja, einfach ein gewisses Kenntnis von irgendwas hat, so. Dafür ist der, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Es gibt demnächst, demnächst gibt's auch das komplette Gegenbeispiel, da kommt eine Dokumentation raus, die heißt Of Fathers and Sons. Da haben sie, ähm, Kinder, ja, die unter Dschihadismus aufwachsen, begleitet, von klein auf. Also die wirklich von klein auf auf Dschihadismus getrimmt werden. Und da war halt auch ein Mann in Syrien und hat eine Familie wirklich sehr lange begleitet und war so dicht dran wie noch nie jemand zuvor. Der zeigt halt mal wieder, also der zeigt halt auch eine andere Seite. Vielleicht sollte man sich wirklich beides angucken und dann, äh, darüber seine Urteile. War der nicht bei den Oscars irgendwie dabei? Der war nominiert, glaube ich, für die Oscars und ich weiß sogar nicht, ob der sogar noch was bekommen hat. Und der war jetzt halt beim Deutschen Filmpreis. Also gewonnen hat er definitiv nicht, weil das hat ja Freesoul da gemacht. Beim Deutschen Filmpreis hat er jetzt, hat auf Fathers and Sons ziemlich viel abgeräumt. So, so viel dazu. Schwieriges Thema, aber, ja, sollte nicht unerwähnt bleiben. So, kommen wir nochmal zu was Einfachem, bevor wir zu was Schwierigem kommen. Ich glaube, einen Film, den habe nur ich gesehen. Diese Woche startet limitiert etwas für unsere Martial-Arts-Freunde. Da startet nämlich Master Z, die, die Ipman Legacy. Also, oder Ipman Legacy. Hast du Ipman 3 gesehen mit Mike Tyson? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist hier, der Cheng Tin-Chi ist der, einer der Endgegner von Ipman aus Ipman 3. Und der hat ja halt, Spoiler, ich kann es sagen, in Ipman 3 hat er halt von Ipman auf die Fresse bekommen und deswegen beschließt er sich aus dem, sag ich mal, Kämpfer- und Gangsterleben zurückzuziehen oder halt auch Auftragskillerleben und möchte jetzt mit seinem kleinen Sohn einfach nur in Ruhe ein Lebensmittelgeschäft aufziehen. Manchmal, manchmal einen in die Fresse hauen gar nicht so schön. Ja. Das ist die Message. Ich dachte bis eben, der Film heißt VIP-Man und das ist mein Programmierer oder so. Nein. VIP-Man, sowas wie Tron. Theoretisch müsste eigentlich Ipman stehen, das wird auch den Master Z-Titel erklären, weißt du, weil sie halt von Y auf Z Quatsch. Aber, ja, ähm, und das Problem ist aber, er gerät in eine Schlägerei, weil er zwei Frauen irgendwie helfen will und zieht damit den Zorn eines Gangsters auf sich. Dieser Gangster hat eine sehr mächtige Schwester, dargestellt von Michelle Yeo, die immer noch richtig gut in Form ist und die sich mit ihm einen der besten Fights im Film liefert und die auch gleichzeitig, sag ich mal, Teil einer, so einer, wie soll man sagen, so einer Mexican-Stand-off-Geschichte ist, weißt du, wo halt so mehrere Parteien aufeinandertreffen und eigentlich sind die sich gar nicht Feind, aber müssen halt in diesem Moment gegeneinander antreten. Das finde ich, haben sie ganz schön gemacht und was sie auch ganz schön gemacht haben, meiner Ansicht nach, ist, wie man es halt geschafft hat, diesen ehemaligen Endgegner jetzt zum Helden zu machen, weil durch die Geschichte mit seinem Sohn, da ist das schon ganz, äh, ja, das ist schon ganz nett in Szene gesetzt. Allerdings ist halt alles andere ziemlich banal und banal. Es gibt sehr viele kitschige Szenen auch dabei, also so typisch dieser Asia-Kitsch, aber dann, das, worauf's ankommt, muss man mal sagen, hat man schon, nach wenigen Minuten kann man da die Bedenken ablegen, also da wird richtig schön gekämpft. Ist von dem, viel Seil-Action. Ja, ja, ist viel Wire-Action, ist von dem Yuan Wu-Ping, der auch für Matrix die, die Action choreografiert hat. Kill Bill, genau. Der hat hier inszeniert, es ist ein Spin-Off der Jibmann-Reihe und Martial-Arts-Freunde kommen hier wirklich gut auf ihre Kosten. Dieser Kampf über diese Reklametafeln, da hast du das gesehen, wo sie da so hinten her springen, super, super. Und auch Dave Batista, der ebenfalls, eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt spielt, der hat auch einen geilen Kampf. Also da, das tut schon weh. Und dann gibt's noch ein Cameo von Tony Jaa, der darf auch nochmal auftauchen, aber das ist halt auch mehr so eine Randnotiz, die eigentlich keine Rolle spielt. Aber, wie gesagt, für Action-Fans ist das auf jeden Fall feines Ding. Feines Ding. Zumindest für Martial-Arts-Fans. So, und dann haben wir noch einen deutschen Film, der auch ein bisschen komplexer ist. Er heißt das Ende der Wahrheit. Den hat auch Wolfgang M. Schmidt so gefeiert. Ja. Wolle findet den super. Ich fand den auch gut. Ich fand den auch gut. Hier geht es um einen, ja, Geheimagenten, um einen BND-Mitarbeiter, dargestellt von Roland Zerfeld. Den kennt man unter anderem als den Biker-Anführer aus vier Blocks. Hier bei den Cthulhus. Krass. Oder er spielt auch zum Beispiel in Der Start gegen Fritz Bauer, den Assistenten von Fritz Bauer. Hier Herr Fehling, den kennt man ja aus Inglorious Bastards. Das ist der, der das Kind kriegt unten in der Kneipe. Weißt du, der die Geburt seines Kindes feiert. Der am Ende mit dem P-Not da steht. Ja. Also, es geht um den Agenten, dargestellt von Roland Zerfeld. Der hat eine Affäre mit einer Reporterin, dargestellt von Antje Trauer. Die kennt man zum Beispiel aus Man of Steel. Ja, und diese Reporterin, die gerät, sag ich mal, oder wird Opfer eines Terroranschlags oder eines Überfalls auf ein, was ist das, ein türkisches Café, glaube ich. Und da wird sie umgebracht. Und das führt halt den Agenten auf die Spur, sag ich mal, ja, seiner eigenen Arbeitgeber und halt diverser Lobbygeschäfte und so weiter und so fort. Und muss halt feststellen, dass hier Politik und wirtschaftliche Interessen irgendwie bedenklich miteinander vermischt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das erste Mal. Das Problem ist halt dann noch, dass dann halt ein Beamter ihm an die Seite gestellt wird, dargestellt von Alexander Fehling, der halt so ein bisschen den Colin Farrell in Minority Report macht. Falls dich daran erinnern kannst. Also der ist halt so dieser typische... Der von Cruise jagt. Ja, sowas in der Richtung. Ja, er ist halt so der typische, der typische, wie soll man sagen, der Pfeil im Nacken, also Pain in the Ass, der halt so wirklich ihm die ganze Zeit auf den Keks geht und immer wieder irgendwelche Sachen in Frage stellt und hinterfragt und halt... Glaube ich schlumpf. Ja. Und daraus entsteht ein Thriller, der wirklich zum einen richtig schick in Szene gesetzt ist, der zum anderen auch wirklich hart ist und der halt wirklich so ein bisschen... Nee, der halt ganz deutlich irgendwelche Probleme aufgreift, aber ohne einfache Antworten zu bieten. Also es gibt jetzt nicht irgendwie den geheimen oberbösen Mann, der im Hintergrund alleine so sein Syndikat führt und ha 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 so, sondern das ist halt wirklich ein sehr komplexes Geflecht aus Intrigen, Verschwörung, Korruption und so weiter, das hier entsponnen wird und das hat mir gut gefallen. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, was ich gesehen habe, hat mir auch gut gefallen. Leider bin ich eine halbe Stunde vor Schluss eingeschlafen. Was nichts mit dem Film... Also ich weiß nicht, das Problem ist bei dem Film... Antti, erklär kurz, warum du einschlafen konntest. Ja, also sagen wir mal so, der ist, was Daniel gerade schon gesagt hat, erzählerisch sehr komplex und man muss halt aufpassen die ganze Zeit. Ja, man muss sehr aufpassen. Und, ähm, das klingt jetzt negativer als es ist, da passiert einfach auf der Leinwand, beziehungsweise ich habe ihn zu Hause mit dem Screener geguckt, da passiert einfach nicht so viel. Es geht darum, was sie sagen und wie sich das so nach und nach aufspinnt. Also ich finde, es ist wie so ein Wollknäuel, was dann halt über knapp zwei Stunden immer mehr entspinnt wird und am Ende hat man dann halt eine Lösung, die ich nicht mitbekommen habe. Ich weiß also nicht, wie der Film auf geht. Nämlich ja diesen Bankenfilm, wie heißt der denn nochmal? Mit, äh, Jeremy Irons. Ach so, hier, ähm, Margin Call. So ungefähr. Kennst du den? Ja, ähm, ja. Wo auch die Story im Prinzip nur geredet ist eigentlich. Genau, so ist es bei dem Film halt auch. Und irgendwann habe ich die Augen zugemacht, das war ein Fehler. Und ich, ich war aber bis dahin jetzt, ich fand ihn nicht langweilig, genau was Daniel sagt, er sieht sehr gut aus, er ist hart. Ähm, ich mag auch, wie sie halt teilweise rausgehen aus der Kulisse Deutschland. und dann immer mal wieder so, ja, nicht an die Front gehen, wäre zu viel, aber sie gehen schon, wie würdest du das, wie würdest du das beschreiben? Außendienst. Ja. Also man sieht die Konsequenzen dessen, was die Leute in den vier Wänden des Geheimdienstes machen. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Wie gesagt, ähm, ich, ich brauche nochmal die Muße, um mir so die letzte halbe Stunde auch anzugucken. Alles, was ich bis dahin gesehen habe, fand ich aber echt nicht schlecht. Fand ich sogar gut. Und er ist wirklich gut gespielt. Ja, also Roland Zerfeld wie auch Alexander Fehling, die spielen das beide sehr gut. Alexander Fehling fand ich mega. Den fand ich auch richtig gut. So ein Arschluss. Seine Motivation konnte ich nicht ganz unbedingt immer nachvollziehen, aber das hat mich nicht so gestört, weil Fehling das eigentlich wirklich sehr, sehr gut macht und jetzt ja auch, äh, gerade den deutschen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle dafür bekommen hat. Also, gucken dir bitte unbedingt an, der ist, der ist, ähm, der ist nicht verkehrt. Ist vom ZDF produziert, hat richtig wenig Budget gehabt, also der hat irgendwie, glaube ich, nur eine Million oder so an Budget gehabt, macht dafür echt ein paar gute taktische Sequenzen, sag ich jetzt mal, ein paar harte Sequenzen und ist von den Bildern halt einfach, könnte für mich problemlos mit Hollywood oder Frankreich oder sowas mithalten. Und was ich noch ganz gut finde, ähm, Roland Zerfeld, ich weiß seine, seinen, seinen Rollennamen grad nicht, aber was an ihm so spannend ist, ist ja, dadurch, dass er beim Geheimdienst arbeitet, gibt es ihn ja quasi auch im Privatleben nur als, als lügenden Menschen, weil er kann ja, er muss ja alles geheim halten, er darf ja überhaupt nicht irgendwas preisgeben von dem, was er macht in seinem Umfeld, dann gibt's aber ein paar Szenen mit seiner Tochter und da sieht man dann so das Aufbrechen zwischendurch, also da kommt dann so ein ganz bisschen immer so die Privatperson durch. Kein Weihnachtsmann, das ist die Wahrheit. Genau. Papa, ich will auch mal die Wahrheit sagen. Osterhasen auch nicht. Alles erfunden. Exakt diese beiden Szenen gibt es so im Film und das sind wirklich die stärksten im Film, ja. Ja. Aber echt, bitte, schaut ihn euch an, also den kann man sich wirklich im Kino problemlos anschauen. Ich denk mal, weil der vom kleinen ZDF, vom kleinen Fernsehspiel produziert wird, wird der halt auch über kurz oder lang dann im Fernsehen zu sehen sein. Aber, dem kann man gern mal auf der Leinwand eine Chance geben. Ja. So, und bevor wir jetzt noch zu dem, unserem letzten Film kommen, machen wir einfach mal ein kleines bisschen Werbung und melden uns gleich zurück mit Meisterdetektiv, Pikachu, Ryan Reynolds und Rob Letterman. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Eddie und mit mir. Und ja, wir haben noch einen Film übrig für diese Woche, auf den werden sich bestimmt einige von euch freuen, die früher mal einen Game Boy besessen haben oder diese kleinen Taschenmonster in irgendeiner anderen Form gespielt haben. Auf wie viele Konsolen gab's das? Allen. Auf allen? Auf allen Nintendo-Konsolen, glaub ich. Ja. In irgendeiner Form. Diese Woche läuft an Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Komm, du hast ihn gesehen, du hast ihn auch gesehen, erzähl ihr mal was zum Inhalt. Aha. Also. Inhalt. Da werden die ersten Spitzen abgefeuert. Es ist ein Film, in dem es um das Videospiel Detective Pikachu geht. Also es basiert jetzt auch auf einem konkreten Videospiel. In dem Spiel auch eben Pikachu, den wir dort sehen, dieses blitzförmige Kaninchen, Hamster mit den roten Backen, Ding, und der eben Fälle löst und das haben sie versucht in einen echten Film sozusagen umzusetzen. Mit der Stimme von Ryan Reynolds. Deadpool. Wenn man ihn noch nicht kennt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist so ein bisschen ein Stranger-Film auf jeden Fall, weil halt auch einfach die Prämisse ja schon komplett weird ist, aber nicht uninteressant, weil es sozusagen damit anfängt, dass der Film in einer Welt spielt oder in einer Stadt spielt. Also es gibt in dieser Welt eine Stadt, in der Pokémon mit Menschen zusammenleben. Das hat mich so ein bisschen an Roger Rabbit erinnert, an die Thunstadt. Wobei da sind ja keine Menschen in der Thunstadt. Nee, aber die Thuns rennen ja trotzdem außen rum. Ja, aber es ist so ein bisschen, das fand ich irgendwie, aus irgendeinem Grund hat mich der Film auch durch diese Film-Noir-Geschichte mich ein bisschen so daran erinnert. Und das fand ich irgendwie schon alles ganz nice in Szene gesetzt. Der ist tricktechnisch, ist der auch richtig gut, finde ich eigentlich soweit. Klar ist das viel CGI, aber das liegt halt einfach daran, dass es keine Pokémon gibt, Leute. Sorry. Und ja, was soll ich sagen? Das ist halt ein Pokémon-Film. Ich glaube, dass Leute, die mit Pokémon nichts anfangen können, die werden jetzt auch nicht darauf hoffen, dass das denn das Ganze schmackhaft macht. Das ist halt ein Film für die Leute, die es halt geil finden, Blumanda in Aktion zu sehen oder eben Pikachu und die ganzen anderen Pokémon. Ich glaube, für die ist der Film und ich glaube, für die funktioniert der Film auch, weil das einfach dann ein großer Spaß ist, die Eigenschaften dieser Pokémon in einem Film zu sehen und die ganzen Insider-Jokes und so. Dazu, Ryan Reynolds macht das natürlich super mit so einer Art, ich sag mal, einem gedrosselten Deadpool, halt auch dieser typische Deadpan-Humor, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, diese Sarkasmus. Pikachu ist halt Kindersarkasmus, Kinderfreundlicher Sarkasmus. Natürlich ist das storytechnisch ist das jetzt natürlich nicht der ganz große Wurf, aber zweckmäßig halt. So sehe ich die Sache, ganz nüchtern und objektiv und vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich halt jetzt, der ruft mich dauernd an, Kumpel von mir, Ryan Reynolds, Ray Ray. Ja, Antje, und du? Ja, ich geh eigentlich mit dem mit, was Eddie sagt, weil der sieht halt wirklich gut aus, mit Ausnahme, dass man die ganze Zeit sieht, dass es London ist und man aber sagt, es ist nicht London, aber geschenkt. Die Effekte sind geil, weil man sich hier wirklich, finde ich, nicht auf einen Animationsstil ja irgendwie festgelegt hat, sondern man geht wirklich mit den Eigenschaften der Pokémon mit und macht das dann so, also zum Beispiel der flauschige Pikachu ist ein bisschen unscharf, dann gibt's da aber auch andere, ich werd mich jetzt nicht blamieren und versuchen da irgendwie herauszufinden, wie die heißen, aber es gibt ja auch noch andere, die haben dann so eine ganz glatte Haut und die sind eben nicht so unscharf wie der Pikachu, also da lässt man sich genau darauf ein, was die einzelnen Eigenschaften der Pokémon sind, damit die so mit der Umgebung verschmelzen. Also ich hab das lange nicht mehr gehabt, dass eine animierte Figur oder generell animierte Figuren so echt wirken in diesem realen Setting. Aber das war's dann auch schon, der Film hat ja erzählerisch einfach gar nichts. Ich bin da rausgegangen und dachte, was wollten die mir da jetzt gerade erzählen? Ich finde, der Film hat einen Prolog und wenn man auch vorher nur irgendeine Detektiv-Story oder sowas in der Richtung gesehen hat, dann weiß man schon nach dem Prolog, wo das alles drauf hinausläuft. Und ansonsten hat, der hat ja gar, also der hat ja wirklich gar nichts. Nur den Humor halt, ne? Und selbst, also den fand ich jetzt auch nicht wirklich lustig, weil ich nicht finde, dass der, dass dieser gedrosselte Deadpool, wie Eddie es genannt hat, dass der da reinpasst. Was mir jetzt auch schon wieder so an Nachrichten nervt, wie es gibt genug Material für eine nicht jugendfreie Version, wo ich mir so dachte, ich kann das irgendwo verstehen, wenn man den Film als nicht jugendfrei oder als ab 16 wie Deadpool inszeniert hätte, wäre da ja keiner reingegangen. Also beziehungsweise man hätte sich eine große Zielgruppe so von vornherein ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, das ist alles so, der ganze Film ist, ist ein einziges Werbeprodukt. So und für mich hat, der hat kein Herz, der hat keine Seele, der hat eine hübsche Optik, aber der hat sonst keine Story, der hat, der ist im Humor die ganze Zeit gedrosselt. Für mich hat kaum eine Pointe gezündet. Also ich, für mich so von den wirklich Big-Budget-Produktionen aus diesem Jahr, ja, geschenkt, der wird sein Publikum finden, aber für mich bisher einer der schlechtesten Blockbuster, die ich dieses Jahr gesehen habe. Tut mir sehr leid. So, jetzt der Herr. Jetzt ich, ja. Du hast ihn auch schon dreimal oder so. Ne, ich hab ihn zweimal gesehen. Zweimal gesehen. Das erste Mal, muss ich auch dazu sagen, das war halt unter ganz komischen Bedingungen, denn da hat man uns gesagt, dass der Film 2 Stunden und 96 Minuten geht und ich mich gefragt habe, was wollen die erzählen und dann sitz ich irgendwie nach 90 Minuten in dem Film drin und denk mir, was soll jetzt noch kommen? Und dann war der Film plötzlich vorbei und ich denk mir so, Moment, warum kommt denn jetzt nichts mehr? Ja, und dann war das irgendwie ein Fehler, da hat man uns die falsche Zeitangabe gegeben. Aber es war erstaunlich zu merken, wie diese Information, wie die mir mein, 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 ja, mein Anschauen oder meine Sichtung irgendwie beeinflusst hat so, ja, also es war irgendwie merkwürdig. Aber ich hab den jetzt ja, wie gesagt, auch zweimal sehen können und ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mir dann trotzdem nochmal Spaß gemacht. Ich mag das, also ich mag dieses Roger Rabbit Flair. Ich sag auch, die Story ist simpel, aber da muss ich halt auch zugestehen, okay, für wen ist dieser Film gemacht? Garantiert nicht für mich. So, ich möchte jetzt hier nicht, also ich krieg jetzt hier keinen dritten Mann. Wie hieß der Zeichentrickfilm, diese deutsche Animationsfilm, die wir in euch waren, mit dem Bauern in Bremer Stadtmusikanten. Ach so, Marnies World, die Sagenhaften 4. Ja, also wenn du das dagegen vergleichst, da würde ich ja lieber nochmal in Pokémon gehen. Ja. Mega Vergleich, Eddie. Ja, wieso? Beides gleiche Zielgruppe. Kinder. Das glaub ich nicht. Also Sagenhaften 4 ist ja wirklich für Kleinkinder und ich glaub, Pokémon ist ab 6. Ja, aber was ist denn, 6 ist Kleinkind. Also ich glaub, in Pokémon geht, ist schon ein bisschen älter, oder? Hat ja schon so Film Noir Flair und so. Und das ist jetzt so ein Punkt, den ich mal bei dir aufgreifen würde, weil du sagst, der Film hat so darüber hinaus nichts. Das würden natürlich, glaub ich, diverse Pokémon-Fans anders sehen. Genau, die haben ja die Pokémon halt. Für die steckt da, glaub ich, richtig viel Herz drin. Weil ich hab jetzt auch schon Leute, die halt wirklich Hardcore-Fans sind, gelesen, die halt geschrieben haben, ey, da stecken so viele Anspielungen drin, da gibt's so viele kleine Details. Das bein ich halt. Das ist ein Film für Pokémon-Fans und die sind halt tatsächlich, muss man ja fairerweise sagen, allen Alters, weil da hast du also insofern recht, weil, ähm, na ja, wer halt den Gameboy-Teil gespielt hat, der ist halt heute auch alt. Ja, genau. Es gibt natürlich die junge Generation, die Pokémon spielt, aber Pokémon ist ja halt ein andauerndes Franchise. Genau, ist halt mitgewachsen. Und deshalb ist gar nicht so leicht zu sagen, diesen Spagat muss der Film vielleicht auch dann meistern, dass er halt sowohl jüngeren Zuschauern gefällt, als auch, ähm, einem 40-jährigen Pokémon-Opa. Ich bin noch nicht mal 40-jähriger Pokémon-Fan, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir das Ding halt echt Spaß gemacht hat. Ich mochte, wie Reynolds das angeht. Also, dass der halt genau dieses Deadpool-Ding halt einfach ein paar Level runterfährt, so, und dann gibt's immer noch ein paar Sprüche, wo ich gedacht hab, okay, das lasst ihr für die Kleinen drin, aber gut, ey, fein bei mir, fand ich jetzt nicht schlimm. Also, was Dominik, ich hab mit Dominik geschrieben, nachdem er aus dem Film gegangen ist, der ist auch in meine Richtung, was der gesagt hat, das ist Grüße an dieser Stelle, was der gesagt hat, ähm, wo ich mich vollkommen identifizieren mit war, es ist im Grunde, du guckst jemandem beim Pokémon-Go-Spielen zu, aber nur, wie er die ganze Zeit läuft. Und ich glaube, das trifft's ganz gut, weil klar, wir haben dann Pokémon-Go, oder Pokémon-Fans generell, haben dann die ganzen Pokémon, auf die sie treffen, so, ich glaub, es sollen sogar 60 Stück, so um die 60 Stück sein, haben die Macher vorab verraten, dass da 60 verschiedene Pokémon-Arten in den Filmen drin vorkommen sollen. Aber ich sitz da und denk so, ja, es wär jetzt halt genauso, als würde ich jemandem beim Pokémon-Go-Spielen zugucken. Ja, aber jetzt stell dir vor, ich geh in Ostwind und sag, die reiten die ganze Zeit nur rum. Tun sie ja nicht, da gibt's ja ne Geschichte. Ach, guck mal. Da gibt's wirklich, aber in Pokémon, Moment, jetzt muss ich beide, ich darf beide Filme nicht verdrehen. In Meisterdetektiv Pikachu, da gibt, also die Geschichte ist so simpel und so, so ... Wie ist denn überhaupt die Geschichte? Eben, die Dramaturgie ist halt einfach nicht existent quasi, die laufen die ganze Zeit nur durch die Gegend. Und das dreht sich alles irgendwie im Kreis. Die müssen doch in irgendeine ... Ich gebe zu, ich bin aber, das war auch Jetlag. Ich bin einmal kurz eingeschlafen. Also es geht darum, dass ... Die muss in so ne Basis einbrechen. Es ist ein Privatdetektiv, ist verschwunden zusammen. Ja, und übrig geblieben ist eigentlich nur sein Pokémon. Und jetzt sein Sohn, er kriegt die Nachricht oder kommt halt davon mit, dass der nicht mehr, also dass der verschwunden ist und versucht jetzt so ein bisschen die letzten Angelegenheiten da zu regeln. Findet er eben halt aber, dass Pokémon von seinem Vater das plötzlich reden kann, was halt ein ganz großes Ding in dieser Welt ist. Denn normalerweise verstehen die Menschen nur die, den Namen des Pokémons und beziehungsweise was halt ... Pika, Pika! Die Pokémons können halt nur ihren Namen sagen. Wahrscheinlich meinen sie 10.000 Sachen mehr, aber das ist halt jetzt eine besondere Connection und die beiden versuchen jetzt halt rauszufinden, was mit dem Vater passiert ist. Und das führt halt zu einer ... Und da muss ich auch sagen, ich mein, wir haben die Serie gesehen, oder? Haben wir? Hast du die Serie gesehen? Nie? Pokémon? Ja. Nee. Okay. Also ich find, das passt halt alles wirklich zu den Geschichten aus dieser Pokémon-Serie. Dann ist das ja wiederum schön, aber was ich halt als Außenstehender gesehen hab, war, die gehen von A nach B, kriegen da einen Hinweis, ohne was tun zu müssen. Gehen von B nach C, kriegen da auch wieder einen Hinweis, ohne was tun zu müssen. Ja, aber das sind Detektivgeschichten, ne? Ja, aber da ist überhaupt keine Spannung drin. Also, wie gesagt, die Dramaturgie ist so. Haben wir eigentlich ne Matz? Wir haben ne Matz, ja. Wir waren ja in Japan, falls du's nicht weißt. Ich hab den Pokémon getroffen. Ach, ich wusste gar nicht, warum die vorletzte Folge auch. Gut, dass du's nochmal gesagt hast. Ich hab ja Pikachu getroffen. Ja. Also ich behaupte, gerade für Fans der ersten Generation, und das behaupte ich aber als jemand, der halt nie großartig was mit Pokémon zu tun hatte, außer mal hier und da die Serie gesehen hat und einmal das Spiel auf dem Game Boy gespielt hat, die Leute werden abgeholt. Und die werden gut abgeholt. Und für in einem Bereich, ja, ich weiß, es ist tief gestapelt, aber im Bereich der Videospielverfilmung haben wir schon wahrlich, wahrlich sehr, sehr viel Schlechteres gehabt. Und ich glaube, da kann man jetzt mit Pikachu wenigstens einmal einen Film vorzeigen, der halt gerade das Thema Videospielverfilmung etwas besser repräsentiert oder so gut repräsentiert wie kaum ein anderer. Und ich möchte noch sagen, vielleicht wie Mortal Kombat in seinem Hilden. Um das positiv zu beenden, der sieht halt wirklich mega aus. Das muss ich sagen. Also ich hatte so den Eindruck, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass ich halt ... Ist das von Ryan Reynolds oder ... Auch? Oder von Pokémon. Nein, der Film. Also mal abgesehen davon, dass man sich echt nicht Mühe gegeben hat, London als Kulisse zu verstecken, hat mich das Ganze an eine etwas verspieltere und farbenfrohere Variante von der Welt aus Blade Runner 2049 erinnert. Oh. Also nur halt eben nicht mit großen Werbehologrammen, sondern eben mit niedlichen Pokémon. Obwohl auch ziemlich viel Werbung, also in dieser Welt, die Pokémon-Werbung so gesehen da ist. Aber, ja, wir waren in Japan. Wir haben uns das Ganze mal ein bisschen aus der Nähe angeguckt und durften mit Ryan Reynolds und dem Regisseur Rob Letterman sprechen. Dafür haben wir einen kleinen Beitrag gemacht. Den seht ihr jetzt. Here we go. I know you can't understand me. But put down the stapler or I will electrocute you. Also Leute, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber ich bin auf einer Yacht im Hafenbecken von Tokio und gerade unter mir stirbt jemand beim Karaoke. Und es hört sich auch nicht sehr gut an. Aber ja, herzlich willkommen hier im Hafen von Tokio und herzlich willkommen zu Kino Plus. Und was wir hier machen, das erfahrt ihr jetzt. Was geht ab? Ah, Japan. Land des Lächelns. Heimat der Pokémon oder von Godzilla. Kleinen Autos, Sushis, Slipautomaten, Mangas, Animes und Toiletten, die jedem IT-Profi Herz und Hose aufgehen lassen. Aber wir waren erstmal wegen Meisterdetektiv Pikachu da. Genauer gesagt in Tokio. Mit knapp 38 Millionen Einwohnern, die größte Stadt der Welt. Bunt, schrill, ewig im Flimmermodus und einfach überwältigend. Der Overkill. Also mehr, mehr Nerdrausch geht eigentlich, glaube ich. Aber wir waren ja nicht nur zu unserem Vergnügen hier. Wir hatten ein Date. Und zwar mit Ryan Reynolds und Regisseur Rob Letterman. Und einen kleinen Ausschnitt davon seht ihr jetzt. Wir sind bereit. Let's rollen. Das ist Monsters vs. Aliens. Das ist unglaublich. Ich habe eine straight-up Peek-A-Pool. Das ist großartig. Das ist gut. Das ist gut. dass diese Rechte erlangen hat. Das letzte Film, das ich gesehen habe. Was war es? Ich weiß nicht. Ich sah Game of Thrones. Ich war wirklich ein bisschen So. Mary Poppins! My kids are huge Pokémon fans. And my credit card is, apparently, as well. Because we were buying Pokémon cards. You don't have to do that anymore. You get free Pokémon stuff. That's why I did the movie. For the free merch. So Pokémon, of course, is a huge franchise. And you had your fair share of experience with, I don't know, fan backlash, let's put it that way, with other movies. Yeah. Safe House. Safe House was it. Fans came at us hard. You know, the fan backlash I had experienced was mainly on Deadpool when it was in Wolverine Origins with the mouth covered and all that stuff. And the person backlash and the loudest was me. So I was a huge fan of that character at that point. So I was kind of dying inside when I did it. TV series and there's a Pokédex and it's a really thought out world. And our... Pokédex. Pokédex. I know, but that's just an awesome word that we should all just take a beat and say, there's a Pokédex, guys. There's a Pokédex. Pokédex. Don't mess with the Pokédex, guys. Let's check my Pokédex. That's very twisty. Noch mehr Kultur, Augenzucker, geilen Shit und das komplette Interview findet ihr in ein paar Tagen auf dem Kio Plus YouTube Channel. Another round, extra shot, black as night. Thank you, sweetie. Jetzt bin ich überzeugt. Ich glaube, der Film war doch geil. Ja? Ja. Gucken die nochmal an. Ja, war ich. Beim zweiten Mal kann man... Ja, zur Info. Wir werden einen wirklich längeren Bericht, denn wir haben noch richtig viel Scheiß gemacht und richtig viele Sachen gesehen. Das wird alles in längerer Form... Das ist eine Knoblauchsuppe auch im Bericht. Ich glaube, meine Knoblauchsuppe sollte auch im Bericht sein. Bitte? Der riecht immer noch nach Knoblauch. Alles ernsthaft jetzt? Der ist das unfassbar gewesen. Hast du die freiwillig oder musstest du sie essen? Wir waren in Akihabara und dann ging es um das Thema Essen und ich war wirklich nicht leicht, sag ich mal, entschlossen. Und Eddie hat sich was geholt und dann hat Alvin gesagt, komm, wir gehen mal da rein. KFC, when in Rome. Genau, wollte ich nicht. Und dann habe ich zu Alvin gesagt, komm, wir gehen einfach mal da rein, und dann sind wir in so einen Laden reingegangen, wo halt so ein kleines Display vor jedem Platz war und dann konntest du da was auswählen und Alvin meinte so, ja, ich nehme hier die Rahmen. Und dann stand da irgendwas, Brown, Garlic, Sauce, irgendwas. Ja, dann habe ich die genommen, habe einen Löffel irgendwie in mir reingezogen. Das hat wirklich geil geschmeckt. Das war auch wirklich so brutal, voll der Knoblauch. Und das war ungefähr drei Stunden, bevor ich den Mann da gesprochen habe, so. Das war mir etwas unangenehm. Aber mit Kaugummi und Zahnpasta ging es dann doch um. Und das ist aber auch dann in dem längeren Bericht drin, ja. Wir haben, ja, also einen Teil unserer Japan-Reise, den werdet ihr, wie gesagt, ab, glaube ich. Alvin, korrigier mich, aber Samstag, ne? Ja, ist so geplant. Am Samstag wird der längere Reisebericht mit dem kompletten 17-Minuten-Interview mit Ryan Reynolds und Rob Letterman wird dann auf Kino Plus hochgeladen. Und zu Godzilla dann auch nochmal was? Und zu Godzilla kommt auch nochmal was. Genau. Das kommt aber erst dann zum Filmstart von Godzilla. Oh, yeah. Ja. So. Soviel zu dem Thema. Machen wir weiter mit den News? Ja. Ja, machen wir weiter mit den News. Tarantino Total Neue Cuts und Once Upon a Time in Hollywood in Cannes. Abgebremst Renneagle Sonic wird nach Fan-Feedback neu gestaltet. Viel sagen, Roland Emmerichs neuer Film hört auf den Namen Moonfall Disney diktiert längere Wartezeiten für Avatar und Star Wars And Jesus Webt Hellraiser Reboot bestätigt Doppel-Comeback Konstantin legt Black Beauty und Wrong Turn neu auf Die News kam wohl von mir. Antje, welche News kann wohl von dir gekommen sein? Also diese letzte News, ist das ein Film oder zwei? Ich hoffe auf einen. So ein Wrong Turn und dann landet er plötzlich auf der Ranch und verliebt sich in das Pferd und auf das Pferd weckt das Gute in ihm. Ja, plötzlich wollen sie kein Menschenfleiß mehr essen und Inzucht betreiben. Ja, vor allem haben Alvin und ich vorhin uns schon so Sachen ausgemalt irgendwie. Das wäre so der erste Vater-Tochter-Film, wo dann der Vater dann die die Zombies oder die die wie heißen diese Hilderkeitszombie? Ja, genau. Die hat und für die kleinen Mädchen gibt es dann die Pferde. Keiner Scherz. Das wäre irgendwie schon ziemlich cool, wenn das halt so zusammenkommt. Aber nein, es wird jetzt zwei neue Reihen geben. Außerdem ist das nicht die einzige News von mir. Ich wollte das nur noch mal schnell sagen. Ja. Hast du die Grafik auch gemacht? Nein. Sowas kann ich nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Aber Black Beauty. Wie kommt man denn wirklich auf die Idee, Black Beauty nochmal neu aufzunehmen? Ich glaube, weil Ost ist ja auch derselbe Verleih wie Ostwind. Es gab noch drei. Es gab Fury, Black Beauty und es gab noch ein Pferd. Spirit? Mr. Ed? Nee, der konnte ja sprechen. Äh, hier, Secretarianis. Secretariat. Nee, es gab so nicht. Fury, Black Beauty. Egal. Oh, wie hieß denn der mit, wie hieß denn der mit, ähm, Tobi Maguire? Aha, ich weiß. More? Nee. Das war nicht Secretariat. Sea Biscuit. Ja, genau. Sea Biscuit. Aber das sind ja so typische Pferde. Nee, ich meine so eine Serie. Das war ja auch eine, Black Beauty war doch auch eine Serie, oder? Stimmt. Black Beauty gab's als britische Fernseh... Aber was gab's denn dann noch? Nee, Pferdeserien gab's nur Fury. War nicht großartig. Black Beauty hat mich nicht mehr so interessiert. Ich glaube einfach, dadurch, dass es Konstantin ist, die mit den... Boah, was ist denn los mit mir heute? Ähm, Ostwind ist ja bei denen wirklich mega erfolgreich. Und ich glaube einfach, die brauchen so das nächste Pferdefilm-Franchise, wenn Ostwind irgendwann nicht mehr ist. Bist du Pferde-Fan, oder was? Nee. Mm-mm. Bin auch überhaupt nicht in meinem Metier gerade. Nee, sag doch mal. Weiß ich doch nicht. Ja. Wobei das mit den Pferdefilmen so ein bisschen ausgeartet ist. Aber nee, ich meine jetzt in echt, also bist du... Ich hatte mal eins, ja. Du hattest mal ein Pferd. Ja. Dann musstest du es... Schlange Geschichte. Werde ich irgendwann im Pferdefilm-Special zu überleben. Okay. Ob da... Ein dunkler Twist. Was hattest du? Ich bin geritten mit Florentin, waren wir doch... Hab ich sogar gesehen. Du bist geritten. Ich bin geritten. Trapp oder wie das heißt. Schnell. Alleine. Naja, an der Leine halt. An der Leine. Ja, die Hauptdarstellerin aus der Nussklacker und die vier... Reiche. Reiche. Mackenzie Foy. Ach, die Kleine, ja. Die soll in Black Beauty mitspielen und hier, ähm... Titanic, Kate Winslet. Soll eine... Das wird so eine internationale Sache. Okay. Ich dachte, dass... Hab ich mich... Also, Entschuldigung, es war deine News. Ich dachte, du hättest da jetzt ein bisschen mehr Infos zu. Stimmt. Ja. Ich hab mich da einfach nochmal so kurz zu gelesen. Nee, ich dachte nur, weil's ja Konstantin ist. Aber ist Konstantin tatsächlich so ein internationaler Verleih? Ich dachte, das ist ein deutscher... Nee gut, Wrong Turn. Ja. Ich, ja. Wrong Turn. Ja. Nach einem Film im Kino und fünf Fortsetzungen auf DVD und Blu-Ray, glaub ich, soll jetzt nochmal ein Film ins Kino kommen. Mit einer besonderen Note. Das ist irgendwie das Besondere bei Horrorfilmen, dass du immer ein Sequel nachschieben kannst und keiner sich beschwert. Also, es gibt, glaub ich, Horrorfilme haben doch immer sieben, acht, neun Teile. Also, das ist so irgendwie Tradition bei Horrorfilmen. Und dass keiner sagt irgendwie, ja, wenn ihr nicht genug Jason-Filme gibt, nee, es gibt einfach, es ist einfach Open End immer. Ja. Und selbst wenn du's nicht mehr als direkte Vorzeig zu verkaufen willst, sagst du einfach Reboot dazu. Oder Untertitel. In Space. Ja, stimmt. Ja. With Vengeance und so weiter. Wrong Turn, da ist wohl auf jeden Fall wieder dieser Alan B. McElroy dabei, der auch schon den ersten inszeniert hat. Da hab ich Bock drauf. Und es geht um ein paar Jugendliche, die in den Wald gehen und nicht auf den Rat eines lokalen Anwohners irgendwie hören, vom rechten Weg abzukommen und dann in den Fängen einer Sekte landen. An der Sekte. Das ist, aber das meine ich jetzt ernst, das ist ja wenigstens mal ein bisschen anders als beim anderen Wrong Turn. Da sind sie ja nur in die Hände von irgendwelchen degenerierten Texanern gelandet. Die Menschen Fleisch essen. Ja. Ja. Das war ja keine Sekte in dem Sinne. Na gut, aber wenn das der einzige Unterschied ist. Es geht trotzdem darum, dass die Menschen Fleisch essen und vielleicht Inzug betreiben. Sie sind wahrscheinlich einfach nur anders organisiert diesmal. Ja, aber die waren einfach verwandt und die sind einfach organisiert in einem Verein. Und vielleicht auch verwandt. In einem Verein. Aber der Regisseur oder der Produzent sagt halt, es soll noch einen Twist geben, der das Ganze, der die ganze Reihe auf den Kopf stellen soll. Natürlich. Oder halt mal was völlig anderes darstellen soll, als die bisherigen Teile. Wir sind gespannt und kommen zur nächsten News. Genau. Was nehmen wir? Sonic! Sonic wurde auf Drängen der Fans und des Protestes der Fans und ja, aufgrund der Reaktionen in den sozialen Medien wurde jetzt beschlossen. Wir basteln um. Oh, es sieht aber auch wirklich furchtbar aus. Fast, man kann sich's gar nicht angucken. Ich glaube, es sind die Zähne. Wenn ihr mal die Hand vor den Mund haltet, alles andere kann man irgendwie noch einigermaßen, die Zähne und die Hände sind irgendwie, aber was hat denn, was macht denn Sonic ikonisch, außer den Stacheln da hinten am Hintergrund? Naja, es ist halt einfach eine Comicfigur und das ist halt irgendwie eine Mischung aus Mensch und Comicfigur. Es ist halt einfach diese ultra-menschlichen Zähne und Hände, die einen irgendwie, glaube ich, rausziehen. Aber es sieht einfach furchtbar aus. Also, es ist einfach ... Ah. Nee, es stimmt aber, weil ich hab am Anfang überhaupt nicht so richtig verstanden, was denn jetzt das Problem mit der Figur ist, aber es ist immer bei diesem Shot, dass ich denke, okay, das ist das Problem und bei dem sieht man dann halt die Zähne. Ja, vor allem, wenn du mal die Pokémons im Vergleich nimmst, ne? Ja, das sieht schon geiler aus. Ist das die neue Variante, oder was? Nee, ich glaub, das ist auch die alte Variante. Ja, das ist die alte Variante Anfang des Trailers. Ja. Also, ich mein, ich fand ja ... So geht's ja. Wobei die Nase ist auch ein bisschen komisch. Aber ja, so könnt ich noch damit leben. Aber das eben, das Bild, das war ja wirklich furchtbar. Ja, aber auch zu dünn, irgendwie diese langen Beine. Es gibt so ein Fan-Mockup, glaub ich. Ich weiß nicht, ob wir den vorliegen haben. So, was so ein Fan gebastelt hat, wie er aussehen sollte. Das war schon relativ nah am Original. Und ich glaub, da hätt's auch kein Shitstorm gegeben. Der Film wird dann wahrscheinlich immer noch kacke, aber ich versteh auch nicht. Würde er zumindest nicht kacke sein, weil Sonic aussieht, wie er halt aussieht. Ich versteh aber auch nicht, in diesem Film, da geht's um einen Igel, der mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend rennt, so, ja? Ähm, und ja, keine Ahnung, aus welcher Welt kommt. Ich hab mit Sonic halt wirklich kaum was im Hut. Und jetzt aber auch noch irgendwelche Portale mit den Ringen öffnen kann. Hast du den Trailer gesehen? Ja. Ja? Also, und da irgendwie zu sagen, wir müssen dieses Vieh unbedingt realistischer gestalten oder irgendwie näher an Menschen bringen oder sonst irgendwas, ja, weiß ich nicht. Da hätt man doch auch diese, also ich mag diese Augen, diese Augenpartie, die ja eigentlich nur da durch. Deine Augenpartie? Ja, genau die. Ich kann nicht davon reichen, schade. Augmented Reality ist hier noch nicht angekommen. Gut. Ja, ich lese nochmal kurz vor. Danke für eure Unterstützung und eure Kritik. Die Nachricht ist laut und deutlich. Ihr seid mit dem Design nicht zufrieden und wollt Änderungen. Es wird passieren, jeder bei Paramount und Sega ist fest entschlossen, diesen Charakter so gut wie möglich zu gestalten. Sagt der Regisseur. Finde ich cool. Also erstmal kann man das ja mal als positiv werten, dass auf das Feedback eingeht. Natürlich kann man auch gleichzeitig hinterfragen, sollten Social Media Hater so viel Macht haben, um die Vision eines ganzen Studios, eines Regisseurs, eines Filmteams einfach so über Bord zu werfen. Wenn das Schule macht, kann das natürlich bei sämtlichen Filmen theoretisch, wo ein Trailer kommt, irgendwie kannst du sagen, ey, mir gefällt Luke Skywalker nicht und warum ist der auf der Insel? Also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits finde ich es gut, dass auf die konstruktive Kritik eingegangen wird. Auf der anderen Seite denke ich mir, für mich sind Filme immer noch eine Art Kunst, wo Leute sich Gedanken machen, die eine Vision haben. Es ist vielleicht ein bisschen romantisch, weil wahrscheinlich Sonic einfach nur ein fucking Franchise Geldmacherei ist, aber generell sehe ich das so, dass ein Regisseur, der hat eine Vision, selbst wenn es bei sowas ist, wie zum Beispiel Kubrick mit Shining, was ja dann anders ist, als es der als King gemacht hat. Aber er hat eine Vision, wie er das verfilmen will, wie das aussehen soll, wie es sich anfühlen soll und so bringt er es dann hin und dann ist das Kunstwerk fertig und dann kann das Kunstwerk bewertet werden oder dann kann man gucken, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Und ich finde es so ein bisschen schwierig, wenn man diese Kunst einfach nur noch quasi voten lässt und demnach designt. Weißt du, dann kannst du auch einfach fünf verschiedene Mock-Ups machen, lässt die Leute abstimmen, welchen Storystrang soll sie machen, und dann bist du bei Pen & Paper. Gibt's ja teilweise schon. Also zum Beispiel, ich erinnere mich daran, diese After Passion, diese Teenie-Romanze. Als der erste Trailer rauskam, war das schon mit den Original-Synchron-Sprechern und die waren furchtbar. Daraufhin haben sie eine neue Synchro gemacht. Und bei dem Werbeplakat von Das schönste Mädchen der Welt, unter anderem, ich weiß, dass Tobis das öfter macht, da durften die Zuschauer, die Zuschauer, die Social Media, Facebook und so weiter Nutzer entscheiden, wie das Plakat aussehen soll. Ja, weil so ein Plakat ist noch mal, das ist noch mal so, da kann man irgendwie heutzutage moderne Rückkanäle einbinden, um so eine, weiß ich nicht, Konvergenz herzustellen, aber den kompletten Filmcharakter zu ändern, das zeugt schon auch von, also zeugt natürlich davon, dass sie mega Angst haben. Das war halt ein riesen Shitstorm. Die haben natürlich gemerkt, das ist ja ein Film, der Nerds anspricht, der Leute anspricht. Wer kennt Sonic the Hedgehog noch so heutzutage? Und das ist natürlich immer diese Zielgruppe, die sich sehr stark identifiziert mit dem Source-Material. Und wenn du da große Abweichungen machst, gibt's halt fast immer Ärger. Das ist das, was wir bei Deadpool, was Ryan Reynolds, also bei dem, hier bei, bei Dings, Wolverine Deadpool war, das hast du gesehen bei, teilweise sogar bei Watchmen, du hast das gesehen bei so ziemlich jeder Comic-Verfilmung. Ich weiß nicht, es ist immer das Problem, wenn du zu weit abweichst, dann kriegst du aufs Maul. Aber da musst du halt dann auch den Mut haben, zu sagen, das ist meine Vision, oder? Ich weiß es nicht. Star Wars 8. Wieso? Da hat er den Mut gehabt. Ja. Genau. Und hat aufs Maul gekriegt. Hat aufs Maul, zu Recht. Aber er hat's halt gemacht, da hat keiner irgendwie vorher gewotet und gesagt, mach's so nicht. Weil da hätten die Tücher, hätten die Leute gesagt, mach das so nicht. Wie man sieht, aber er hat seine Vision gemacht, die hat er so in den Schrank gestellt, damit muss Ryan Johnson leben und vor allen Dingen wir. Aber was ich halt nicht verstehe bei der Aktion ist, sie hätten sich das Ganze ersparen können, indem sie einfach mal vorher noch ein bisschen mehr Designs irgendwie zur Auswahl, oder beziehungsweise einfach, die wollen so einen Film machen, die wollen die Nerds glücklich stellen, weil sie müssen auf jeden Fall auf die Nerds bauen, dass wenn die zufrieden sind, irgendwie auch an die Welt raustragen, ey, das ist ein Film, den kann man sich angucken, schaut euch den Film an. Und dass man da nicht irgendwie im Vorfeld einfach schon hingeht und sagt, ey, guck mal, das sind unsere Design-Ideen, wie findet ihr das? Ist das cool? Zu einem Zeitpunkt, wo man sowas noch kontrollieren kann, wo man sowas noch viel einfacher irgendwie umgestalten kann. Jetzt hast du einen fertigen Trailer mit einer fertigen Figur und jetzt müssen die ganzen Animatoren zurück an ihren Schreibtisch und müssen das ganze Ding nochmal neu umarbeiten. Aber was mich mal interessieren würde, ist, was ist denn die Vision dahinter? Also irgendjemand muss sich ja was dabei gedacht haben, den so aussehen. Also es ist ja klar, die sind ja nicht doof, die wissen ja, wie Sonic aussieht und haben sich bewusst entschieden, den so aussehen zu lassen. Ich wüsste einfach gern mal, warum. Also da muss ja ein Gedanke dahinter sein, den würde ich einfach gern nur mal wissen. Ja, also ich kann's auch nur vermuten, aber ich würde, ich würde, gerade bei Paramount würde ich nicht mehr unbedingt so sagen, dass da so wirklich kreative Gedanken waren, sondern dass da einfach Kalkulationstabellen waren und Zielgruppenforschung und was weiß ich und anhand dieser Daten entsteht halt sowas. Ja, aber irgendein Designer in diesem gesamten Ablauf muss ja irgendwann mal gekommen sein und hat gesagt, that's our Sonic. Und keiner hat auch nur gehustet in dem Raum. Wer weiß, wie immer die anderen Designs aussahen. Wir reden hier über den, wir reden hier über das Studio, das die Idee eines Vier- oder Sechsjährigen auf die Leinwand gebracht hat. Der glaubte, dass Monster in Autos eine ganz super Idee sind und wofür dann 150 Millionen Dollar verblasen worden sind und man am Ende schon gesagt hat, ja, wir schreiben den Film jetzt mal direkt als Verlust ab. Ungerechtfertigt. Na gut, also wir werden ... Monster Trucks? Ich mag den. Wir werden es nicht erfahren, aber es ist ... Also, ich bin durchaus jemand, der Sonic gespielt hat und auch Sympathien für den kleinen blauen Igel hat, aber das ist einfach furchtbar. Und der Trailer ist aber unabhängig jetzt mal davon, wie der Design ist, einfach kommt zum Kotzen aus. Ich glaube, wenn alles geil gewesen wäre in dem Trailer und Sonic so ausgesehen hätte, dann wäre das auch noch mal was anderes. Dann hätten die Leute gesagt, der Igel sieht scheiße aus, vielleicht kann ich mich da dran gewöhnen. Aber es sah ja alles scheiße aus. Jim Carrey sah scheiße aus, die Action sah scheiße aus, die CGI sah alles scheiße aus. Es gibt eigentlich schon eine Petition gegen Jim Carrey, dass man ihn dann auch austauscht. Als Dr. Robotnik, Alter, ohne Scheiß. Ey, das ist wirklich ... Also, das erinnert mich wirklich an die Super Mario-Verfilmung von wann ist die? 94 oder was? Ja, aber jetzt ist es ja schon wieder schick zu sagen, oh, geil, wie in den 90ern, einfach drauf los. Wuhu! Ja, also ... Aber es könnte vielleicht auch auf krude Art und Weise funktionieren. Aber Paramount kann sich das nicht erlauben. Die können sich das leider nicht erlauben. Also, es könnte tatsächlich sein, dass das so ein Ultra-Trash ... Manchmal ist es ja unberechtbar, dass etwas so scheiße ist, dass die Leute reingehen, so wie hier dieser The Room. The Room, ja. Ja, dass das irgendwie so eine Wendung nimmt. Aber ich glaub, die ... Das will ja keiner bei so einem Film. Da steckt ja schon Geld drin. Ja. Gut, wir werden sehen, was die Zukunft und der Igel mit sich bringt. So, machen wir mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren News-Themen. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Etienne und mir. Und wir sind noch mitten in den News. Und wir haben jetzt gerade über Sonic gesprochen. Was haken wir als nächstes ab? Moonfall, würde ich jetzt mal abhaken wollen. Moonfall ist der neue Film von Roland Emmerich. Dieses Bild. Es sieht aus wie der Weihnachtsmann. Ich wünschte mir, es wäre das offizielle Filmposten. Das ist das Kind von Thanos. Ey, und vor allem, das Geile ist, zu diesem Film, der Film ist schon seit 2016 im Gespräch und es gibt schon eine komplette Synopsis. Obwohl noch nicht ... Könnte es sein, dass der Mond auf die Erde fällt? Ja. Weil er von einer merkwürdigen, gigantischen Kraft aus der Umlaufbahn gedrängt wird. Und deswegen reist ein Team von unterschiedlichen Menschen und, keine Ahnung, Experten auf den Mond, um dort zu ergründen. Ein Asiate, eine Schwarze, ein ... Wer ist der heutige Bruce Willis? Der heutige Bruce? Ach so. Wer ist, wer, guck mal was. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ist auf jeden Fall mit am Start. Äh ... Der nicht. Obwohl, den hat er ja schon. Oder? Nee. Echt? Doch, in dem Erdbebenfilm. In 2012? San Andreas? San Andreas? Nee, nicht San Andreas, 2000 ... Irgendein ... Der hat doch schon mal mit Dwayne Johnson gedreht. Nee, nicht, dass ich wüsste jetzt. Mir fällt jetzt keiner ein. Ich hab aber ... Welcher Film ist das, wo alles kaputt geht? Jeder Zweite. Armageddon? 2012, da geht alles kaputt. Da war der aber nicht mit dabei. Wo Dwayne Johnson mit seiner Tochter hier retten muss, ist das der ... Das ist San Andreas. Oder dieser Hochhausfilm, der war aber auch nicht von Roland Emmerich. Aber der ist auch nicht von Roland Emmerich. Okay, fuck. Die wirken wie Roland Emmerich. Ja, aber ... Ganz verwechselnd. Ja. Und dann reißt ein buntes Team, ein bunt zusammengewürfeltes Team aus Experten auf den Mond, um dann zu erklären oder zu ergründen, was da ist. Und dann stellen sie vor einer sonderbaren, mysteriösen Macht und werden mit dieser konfrontiert. Man könnte jetzt meinen, ja, Armageddon trifft auf Independence Day. Ja. Warum nicht? Ich meine, der hat den zweiten Teil ja auch so beendet, als könnte immer noch ein dritter Teil kommen. Aber Armageddon war nicht von Roland Emmerich. Nein. Aber Independence Day. Ja. Aber was kann der da oben schon für eine Macht treffen, die irgendwie in der Lage ist ... Den Mann im Mond. Die irgendwie in der Lage ist, den Mond aus der Umlaufbahn auf die Erde zu schieben. Rick and Morty. Vielleicht die Außerirdischen, die mit einem Raumschiff unsere halbe Erde bedeckt haben? Könnte man vielleicht mutmaßen? Weißt du, dass das ein Spin-Off ist oder so zu sagen? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch der ganz dreiste Tarnversuch, halt Independence Day 3 an den Mann zu bringen. Wird geschrieben mit Harold Closer sowie Spencer Cohn. Die haben schon bei 10.000 Before Christ mitgespielt. Oder 2012 haben sie mitgeschrieben. Und kennt ihr diesen Netflix-Film Extinction? Habt ihr den gesehen? Mit, ich weiß, Michael Peña? Ja, genau. Da hat dieser Spencer Cohn wohl das Drehbuch geschrieben. Und Roland Emmerich schreibt auch noch mit. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, naja, die haben vielleicht ein Drehbuch, die haben schon eine ganze Story, aber die haben halt noch gar keine Geldgeber. Also die gehen jetzt erstmal nach Cannes. Ach komm, da macht doch die nächste News so albert. Ja, ja. Und, äh, ja. Aber vorher kommt noch ein Film von Roland Emmerich. Trotzdem. Am 7. November 2019 kommt Midway. Über die Schlacht. Über die Weltkriegsschlacht. Kenn ich von Battlefield. Ja, genau. Bock drauf, oder? Nö. Wieso? Roland Emmerich? Schlacht? Nö. Nö? Das ist ja wahrscheinlich scheiße dann. Ah ja. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. So, dann hat David S. Goyer nun den Auftrag bekommen, Hellraiser nochmal an den Start zu bringen. Das find ich gut. Ach, Hellraiser. Ich dachte schon Hellboy. Ich finde ein Remake zu Hellraiser macht voll Sinn. Denn ich glaube, es ist genug Zeit vergangen, äh, zwischen dem ersten, was ist er, 70er? Früher, später? 80er. Ähm, bis heute, dass man echt sagen kann, okay, wir ziehen diese Geschichte nochmal für ein ganz neues Publikum auf und es ist ja wirklich mal komplett was anderes. Das irritiert mich voll, wie du deinen Kapp aufholst. Ja, weil mich sonst die Dings blendet. Weil ich finde, dass die Hellraiser-Reihe eine der wenigen Horrorreihen ist, die wirklich, zumindest was Teil 1 angeht und so die ganze Idee da drumrum, die einen vollkommenen Alleinstellungsmerkmalwert hat. Weil das, was darin passiert ist, passiert halt nirgendwo anders. Wie viel der sieben Fortsetzungen hast du dann auch gesehen? Ich kenne nur den ersten. Okay. Den zweiten und den dritten, also den zweiten kann man sich auf jeden Fall noch angucken, meiner Ansicht nach. Beim dritten wird's schon ein bisschen schwierig. Und dann gibt's zwar für einzelne Lichtblicke, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie wirklich den ersten Teil in den Schatten stellen. Gibt's nicht irgendwie Pinhead im All oder so? Ja, gibt's auch. Allein vom Titel reizt der mich. Ich glaub, den guck ich mir irgendwann mal. Also, der heißt nach wie vor Hellraiser, was weiß ich, Resurrection oder sonst irgendein Kram, ja. Aber, äh, ja, irgendwo im All hab ich auch mitbekommen, dass das irgendwie geht. Aber ja, David S. Goyer wird als Produzent und Drehbuchautor zuständig sein. Wenn der einem ne Kopfnuss gibt, ne? Ja, ist er vielleicht eher selbst ... Ey, wenn ich dir ne Kopfnuss gebe, Alter. Tut's mir weh? Nee. Aber, äh, ich weiß nicht. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was David S. Goyer angeht. Weil der hat auch schon echt Grauben gemacht, so, ne? Was denn? Äh, Ghost Rider 2 zum Beispiel. Uh, Ghost Rider, mein Bruder. Ja, der hat aber auch Dark City gemacht. Uh, Dark City, da wohne ich. Der hat aber auch an der Dark Knight Trilogie mitgeschrieben. Dark Knight, äh, so nenn ich, äh, mein Hund. Ja. Also, ist ein bisschen ... Ich bin noch etwas skeptisch. Aber nach Hellraiser 8, glaub ich, kann man jetzt auch die Messlacke nicht mehr allzu hochhängen. Deswegen, ja, ich hoffe, sie kriegen's hin. Nein, so nenn ich meinen Hund, das war der schlechteste Spruch der Woche auf jeden Fall. Und das wird was heißen. Auf jeden Fall dürfen wir uns ein bisschen freuen. So, was haben wir noch? Tarantino hat diverse News zu verkünden. Unter anderem gibt es jetzt endlich die Roadshow-Fassung von Hateful Eight. Also, die etwas, etwa 20 Minuten längere Fassung gibt es jetzt in Amerika bei Netflix. Und ich hoffe, die kommt halt auch dann irgendwann zu uns. Allerdings ist die jetzt noch länger als die eigentliche Roadshow-Fassung, die damals in 70 Minuten... Hat der nicht alle Dialoge reingekriegt in die Fassung? Die ist jetzt, also jetzt ist der, ist, ist es wohl so, dass Netflix den Film genommen hat und hat ihn zur Serie gemacht. Es gibt vier Parts, a 50 Minuten. Und insgesamt, glaub ich, ist es, äh, oder so roundabout 50 Minuten, weil insgesamt ist der Film jetzt 220 Minuten lang. Nachdem er halt in seiner Längsten... Kann ich mich mal vielleicht da mal reinmachen hier in den Brad Pitt oder was? Das würd mich mal interessieren, wie das vielleicht, kommt das cool. Ja, dauert das noch? Ja, der hat halt da keinen Schnurrbart, aber... Redet ruhig weiter. Ja, redet ruhig weiter. Kommt irgendwann. Okay, ähm, ja. Vier Teile, 220 Minuten. Und keiner weiß, warum Netflix das jetzt als so gesehen Serie angeboten hat. Nicht mal Tarantino selbst. Also er hat es speziell auf jeden Fall nicht dazu geäußert. Die haben das... Er muss doch, denk ich mal, sein Okay gegeben haben. Oder reicht es, wenn der Verleih sein Okay dafür gibt? Ich wollte eigentlich nur den Mund und den Rest von Brad Pitt haben. Das ist ja... Du wolltest den Mund und den Rest von Brad Pitt haben. Naja, so wie eben bei dem... Okay. Ich wollte die schönen Wangenknochen natürlich von Brad Pitt und... Meine zaubernden Lippen. Das haut doch hier niemals im Live... Sag mal, da habt ihr das gelesen, dass der auch irgendwie Dings nochmal... Django Unchained. ...ausbringen will, genau. Django Unchained. Ja, Django Unchained wird jetzt nochmal als Directors Cut veröffentlicht. Uh! Directors Cut! Drei Stunden und zwanzig. Beziehungsweise zwischen drei Stunden 15 und drei Stunden 20 Minuten. Drei Stunden 20! Uh! Aber das dann nicht als Serie ist. Sondern als Film, ja? Ja, was gucken wir hier? Werden sich jetzt bestimmt einige Zuschauer fragen, die gerade erst eingeschaltet haben. Hätten wir das nicht machen können, wenn der Kino-Plus-Kanal irgendwie schon 100.000 Abonnenten hat. Dann ist es nicht so schlimm, wenn ein paar abspringen. Apropos, Leute, wenn euch das hier gefällt und auch wenn es euch nicht gefällt, generell solltet ihr einfach den Abo-Knopf drücken, damit ihr die Zukunft von Kino-Plus sichern könnt. Ihr könnt euren Teil dazu beitragen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur den Abo-Button drücken. Oder? Und die Glocke. Was macht die Glocke? Ich glaub, die benachrichtigt sich, wenn wir ein neues Video online haben. Was macht der Abo-Button? Der sorgt dafür, dass du Abonnent bist. Dass du Links sehen kannst, wenn ein neues Video da ist. Egal, macht einfach beides. Es kann nie verkehrt sein. Und lasst ein Like da. Oder? Mhm. Ja. Und macht ein Kommi. In Netten vor allem. So. Nein, ihr dürft auch gerne konstruktiv Kritik äußern. Die wird gelöscht. So, was? Ja. Jungle Unchained, 3 Stunden 15. Ja, hab ich Bock drauf. Findest du gut? Ja, auf jeden Fall. Lieb ich den Film. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, Hateful Eight ist tatsächlich der Tarantino, den ich am wenigsten von allen gesehen hab. Ähm. Der geht echt am schwersten runter, hab ich so gemerkt. Aber jetzt stell dir doch mal vor ... Sogar Jackie Brown hab ich, glaub ich, 5, 6, 7 Mal geguckt. Jetzt stell dir doch mal vor, der Film ist jetzt so gesehen in 4 Teilen erhältlich. Das kommt doch deinen Sehgewohnheiten entgegen. Ja, wenn der so rausgekommen wär vielleicht. Aber nicht, wenn ich ihn halt schon kenne. Also, dann ist das irgendwie ... Ja, aber dann nimmst du dir heute vor Teil 1 zu gucken und dann denkst du dir auch, geil, ich freu mich morgen auf Teil 2. Ja, aber ich weiß ja schon, was mehr oder weniger passiert ist. Ja, weißt du das nicht auch bei allen anderen Filmen, die du von Tarantino schon gesehen hast? Ach so, ja, aber deshalb, ja. Deshalb will ich die ja auch nicht nochmal gestückelt dann kriegen. Weil du kannst mir nicht einen Cliffhanger dann verkaufen oder so, weißt du? Also, Serienformat funktioniert für mich nur, wenn ich nicht weiß, was passiert. Filme kann man sich halt nochmal angucken. Weiß ich nicht. Ich hab Bock mich nicht jetzt nochmal, den gestückelt zu sehen. Ich hab Bock auf eine längere Variante. Aber wenn's mir halt so langweil, kann ich ja Pause drücken. Ist das nicht das Gleiche dann? Nö, kann ich mir selber sagen. Kann ja auch zweieinhalb Stunden gucken und dann sagen so, und jetzt mach ich Pause und guck morgen weiter. Man ist ja auch müde. Also, ich schlaf auch mittlerweile einfach relativ schnell ein, wenn ... Und gerade Hateful Eight ist natürlich so ein Film, da kann das nochmal passieren. Weil auch der Winter, draußen ist es kalt, die sitzen da alle in ihren Büffelfellen. Du kuschelst dich vielleicht so auch irgendwie in die Decke rein. Ich glaub, Filme, wo's draußen kalt ist, da schläft man schneller ein. Oder? Das wäre mal eine interessante Idee, das zu berücksichtigen. Weil man so irgendwie der Körper macht, der Körper will Wärme dann und kuscheln. Und psychologisch funktioniert das, glaub ich. Ich hab keine Ahnung, was ich erzähle. Ja. Ich hab überlegt, wie wäre ein Hachiko-Remake? Und, ähm, wenn Hachiko steht da, und plötzlich, ähm, steht Richard Gere von den Toten auf. So nach ... Also, Hachiko wartet wirklich drei, vier Jahre. Ich musste da dran denken, weil wir ja bei der Hachiko-Statue waren in Japan, in Tokio. Und da hab ich nur gedacht, wie wär's denn, wenn der Hund, also der Twist, drei Jahre, wie lange hat er da gewartet, der Hund, dass das Herrchen kommt? Ewig. Und plötzlich kommt das Herrchen wieder. Ob der, ja, ob der Hund auch die Liebe zu einem Zombie entwickeln kann? Ja, und dann beißt dem Zombie so in die Kehle. Wird selbst zum Zombie, dann haben wir Zombie-Hund und Zombie-Hachiko. Genau. So ein Zombie-Hund, der die ganze Zeit für den Rest seines Lebens ... Zombie-Ko. ... einfach nur da wartet. Oh Gott, der Hund. Der kann ja nicht mehr sterben. Ja, stimmt. War auch nicht mehr von ... Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er heute noch. Ja, er ist nicht gestorben. Also, er ist gestorben, aber naja. Egal, war nur so eine Idee, Hachiko. Machen wir weiter im Text, würde ich sagen. Ja, machen wir weiter, komm. Ähm, ja, also, es gibt einen Directors Cut von Django Unchained. Der soll aber erst irgendwann nach dem Once Upon a Time in Hollywood rausgekommen ist, erscheinen. Also, Tarantino sitzt wohl gerade mit Eifer und Hochdruck im Schneideraum und versucht das Ding noch für Cannes fertigzukriegen. Was, wenn du sagst, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio? Wer ist der größere Star? Boah. Leonardo DiCaprio, glaub ich, mittlerweile. Naja, das ist die Frage, ne? Reden wir von Star? Nicht, wer ist der bessere Schauspieler, wer ist der größere Star? Also, ich glaube, zumindest was Deutschland angeht, wär ich bei Leo. Äh, ich glaub, es ist Brad Pitt. Also, ich glaub, Brad Pitt ist einfach der größere Star. Der ist einfach durch die ganze Angelina Jolie-Geschichte und was weiß ich, der ganze Freundeskreis mit Clooney und so weiter. Er hat noch ne Ebene, die die Leonardo, also, jetzt mal, wenn man's nur vom Filmischen, von der Filmischen, von der Filmografie nimmt, würd ich auch eher Leo sagen. Ja, ich auch. Aber wenn man das Gesamtkunstwerk sozusagen macht, dann ist es, glaub ich, auch Brad Pitt, weil er hat einfach noch diese Ebene Privatleben, Halligalli, wobei Leonardo DiCaprio mit seinen 78 Models ... Aber von denen kriegst du kaum was mit. Du hast hier mit Brad Pitt, bist du durch zwei Schlammschlachten gegangen. Du hattest Jennifer Aniston und du hattest Angelina Jolie. Die hat noch nie, Leonardo DiCaprio hat noch nie eine Freundin älter als 25. Hab ich, irgendwo, haben die das mal ... Verdammt noch mal. Ich könnt dir aber, glaub ich, recht geben, was du jetzt in Bezug auf Deutschland gesagt hast, weil er halt hier diesen deutschen Bezug hat. Ja, ich glaube, ich finde, wenn man so die letzten Jahre guckt, dann zieht ein Leonardo DiCaprio in einem Film mehr Leute ins Kino als ein Brad Pitt, weil ich glaube, ohne Leo wären die Leute nicht in The Revenant so viel gegangen, der zu den zehn erfolgreichsten Filmen in seinem Jahrgang gehört. Die wären nicht so viel in Wolf of Wall Street gegangen. Aber zum Beispiel ein Brad Pitt, ein Allied, hat sich keiner angeguckt in Deutschland. Ein was? Allied, Vertraute Fremde mit Marion Cotillard. Ja, das stimmt. Also, ich meine ja auch, von der Filmografie ist er, glaube ich, der Erfolg ... Er hat die besseren Filme. Er hat die erfolgreichen, größeren Filme mittlerweile. Und ich glaube auch, dass er an der Kinokasse mehr zieht. Ich glaube, er holt auch noch mehr Generationen ab, irgendwie. Leonardo DiCaprio kann, glaube ich, fast jeder was mit anfangen. Das ist schwierig, aber interessant. Es sind auf jeden Fall schon zwei krasse A-Lister, so viel kann man sagen. Ja, und die beiden werden mit ... Im Tarantino-Film, Leute. ... mit Tarantino zusammen und Margot Robbie auch noch in Cannes dann auch zugegen sein. Und ich bereue es gerade schon wieder, dass wir uns nicht dafür angemeldet haben. Das wäre eine Option gewesen. Naja, es war ... Ich hab drei oder vier Tage nach Akquirierungsschluss geguckt, was man denn machen muss. Leute, ihr habt ja ... Hier, nehmt mich mit, bitte. Ja, einmal kann. Ja, aber das müssen halt auch hier ... Ich will auch empört aus dem Kino laufen bei irgendeinem Film. Ja, weil er halt so schlecht ist, nicht weil er irgendwie geil war und alle Leute das nicht verkraften konnten. Ich bin mal gespannt, also ich freu mich drauf. Ich glaub, dann ist man oben angekommen, wenn man einmal in Cannes aus dem Kino gestürzt ist und einen total empörten Tweet über die Krankheit des Regisseurs rausgelassen hat. Gut. Herr Tarantino wurde auch ausgebucht, als Pulp Fiction die Palme bekommen hat. So. Freuen wir uns drauf, ne? Egal was. Und jetzt, ja, sind wir noch bei Disney. Disney hat erst mal den Release-Katalog rausgehauen, oder den Fahrplan rausgehauen für die nächsten Jahre. Und da wurde einiges Interessantes irgendwie offenbart. Unter anderem, dass man zum Beispiel an gewissen Filmen noch festhält, an die man gar nicht mehr irgendwie gedacht hat. Wie zum Beispiel dieser Ad Asta. Oder auch New Mutants. Dieser X-Men-Teenie-Horrorfilm. Ich hab's, glaub ich, vor zwei Jahren einen Trailer gesehen. Ja, ja, genau. Und der wird seitdem auch permanent hin und her geschoben. Aber es ist einer der wenigen X-Men-Filme, die halt noch übrig geblieben sind und die halt auf jeden Fall ... Moment, jetzt kommt doch grad der Dark Phoenix. Und dann bei den New Mutants, da waren sie sich halt die ganze Zeit nicht sicher. Und jetzt hat er halt, wie gesagt, einen Starttermin. Auf der Rast dieser Dark Phoenix? Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab noch nicht gesehen. Ja, und was auch offenbar wurde, ist jetzt, dass im Jahreswechsel Star Wars und Avatar-Filme erscheinen werden. Immer an Weihnachten. Haben die auch Avatar gekauft quasi? Ja, die haben auch Avatar gekauft, ja. Also, ähm, du wirst jetzt an Weihnachten, wirst du entweder eine Star Wars zu sehen bekommen. Also ab 2000, wann ist es? 22, glaub ich, kommt der nächste Star Wars-Film. Und davor war schon der erste Avatar-Film. Und dann geht's halt im Wechsel. Immer Star Wars, immer Avatar. Und aber, ja, immer mit zwei Jahren Abstand so gesehen. Sag mal, warum werden Serien noch nicht im Kino geguckt? Werden schon? Wer? Wir haben zum Beispiel schon zwei Screenings gemacht, wo wir Serien ... Es gab auch jetzt die erste Game of Thrones-Folge im Kino zu sehen. Ihr seid so zwei ... Ihr seid so tief in dieser Szene drinne. Habt ihr jemals gehört, dass ein Pärchen sagt, wir gehen heute Netflix im Kino gucken oder irgendwelche Serien im Kino gucken? Klar, gibt's mal Sonderveranstaltungen. Ich meine, Mainstream-mäßig, dass Leute sagen, ey, wir gehen in den zweieinhalbstündigen Film oder wir gehen eine Serie gucken. Serien sind noch mittlerweile auf Filmniveau. Ich könnte mir vorstellen, dass das voll der Markt ist, dass man Bock hat, zum Beispiel, dass man Game of Thrones wirklich einfach Mainstream-mäßig fünf verschiedene Vorführungen im Kino. Und wir wären alle zusammen, hätten uns die Schlacht von ... Wie heißt der? Winterfell. Hätten wir uns im Kino angeguckt. Ja. Einziger kann damit nichts anfangen, deswegen. Ja, okay, aber es gibt ja auch irgendwelche Serien, weiß ich nicht, Black Beauty oder so. Das wär doch geil. Da könnten die doch richtig Kohle machen. Das wär doch zeitgemäß. Die Leute wandern alle ab auf Netflix und auf Serien. Und Serien sind der Scheiß, worüber man auf dem Arbeitsplatz mittlerweile redet. Warum gibt's keinen, der sagt, Alter, hier ist das erste große Serienkino. Weil ich glaube, in dem Moment, wo es das im Kino geben würde, wäre das nicht mehr ... Oder würden das nicht so viele Leute gucken, weil dann müsste man sich ja nach draußen bequem. Das ist ja der Reiz an den Serien, dass man die zu Hause ... Aber es muss ja nicht entweder ohne sein. Es kann ja beides. Du kannst es doch einfach zusätzlich dort anbieten. Das gibt es meines Wissens nach noch nicht wirklich hundertprozentig oder noch nicht wirklich breit. Aber ich glaube, zu gewissen Anlässen, wie halt auch Game of Thrones, gibt es schon solche Sachen. Es gibt manchmal so Up-Gewings und so. Ich glaube aber auch, dass es dann trotzdem ein bisschen rechtlich knifflig wird. Weil du halt ... Ja, weil Netflix halt sagt, ey, ihr könnt ja nicht einfach hier Netflix-Inhalte im Kino zeigen. Aber ich meine nur, so dieses ... So ein Film kostet ja Geld. So dieses Lagerfeuer-Fernsehen stirbt ja so ein bisschen aus. Und ich denke mir halt einfach, wenn ich ein Kino hätte, könnte ich doch sagen ... Also, pass auf, um 18 Uhr läuft Game of Thrones, danach gucken wir die Champions League. Und danach gucken wir alle hart, aber fair. Oder weiß ich nicht. Anne Will, so warum können wir nicht alle gemeinsam Fernsehen gucken? Irgendwie, das ist doch eigentlich, ich find das nach wie vor eigentlich ne gute Idee. Und ich könnt mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie als Social-Ding irgendwie ... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dann mit Handy oder ohne Handy? Wie, mit Handy? Nee, da gelten natürlich gängige Kinoregeln. Schnauze halten. Seid ihr flüstert, haben wir auch. Flüstern ist erlaubt, wenn es um ... Relevantes, inhaltses ... Spielfilmspezifische Sachen geht. Das macht bestimmt beim Champions-Kumpen richtig Spaß. Schuhe bleiben an. Ja, beim Champions-League-Spiel auch, ne? Man muss ja mal outside of the box denken irgendwie. Es muss sich was tun. Kino, so wie's ist, geht den Bach runter. Wir müssen da mal neuen Wind reinbringen. Ja, wie wär's mit ... Hast du diesen Trailer gesehen von The Boys? Ja, das sah geil aus. Wie wär's denn, wenn du mit so was machst? So, ja, whatever, irgendwie so was. Oder auch ... Ey, komm, lass Stranger Things ne Woche vor Netflix-Start in die Kinos gehen. Die Kinos werden voll. Wie viele Folgen sind das? Na gut, das ist zu viel. Aber die ersten drei. Aber lass die ersten drei Folgen kannst du im Kino gucken oder so. Ich glaub, das würde voll ... Also, finanziell würde das sich rentieren. Aber man hat ja gesehen, was passiert, wenn Netflix Kinofilme ins Kino bringt, wegen dieser Oscar-Sache. Die hat sich auch keiner angeguckt. Roma war voll bei mir. Ja, weil ... Ja gut, die Filme waren aber auch einfach nicht geil. Die liefen zwei oder drei ... Wie viele Vorstellungen hatte der in Deutsch ... Leider nicht so wirklich viele, ja. Ja, und die, die sich dann dafür interessieren, gehen in die wenigen Vorstellungen. Mir geht's ja nicht darum, dass es von Netflix ist. Das ist ja dann einfach nur ein Kinofilm. Das ist ja nicht das Gleiche. Es geht ja schon um diesen regelmäßigen, so wie anderen Sportvereinen gehen, gehen wir jeden Montag und gucken ... Weißt du, die Leute treffen sich, um gesammelt vom Fernseher irgendwelche Serien zu gucken. Andi hat hier seine Game-of-Thrones-Gruppe oder was weiß ich mal gehabt. Die gibt's immer noch. Ja, genau. Also, es gibt diese Leute, die sich zusammentun, um gemeinsam Serien zu gucken. Warum bietest du das nicht im großen Kinosaal an? Also, ich sag ja nur, ich kann jetzt ... Kann natürlich sein, dass es rechtlich und so nicht geht, genauso wie ich schon 10.000 Mal gesagt hab, wieso gibt's nicht so ein Kino, wo wir uns Lieblingsfilme zeigen könnten oder so. Also, ich seh da so viel Potenzial. Bald. Ich seh da so viel Potenzial stattdessen kommt ... Wir übernehmen jetzt erst mal die Weltherrschaft und dann machen wir das. Ja, ich bin schon. Wir machen jetzt vor allem erst mal kurz noch Werbung und schauen uns gleich ein paar Trailer an. Morgen Film ... So, willkommen zurück zum Endspurt der aktuellen Kino-Plus-Ausgabe. Jetzt noch mal kurz zu dem Disney-Fahrplan. Es ist krass, Marvel macht ja nahtlos weiter. Nächstes Jahr direkt zwei Filme, darauf wieder zwei Filme und so weiter und so fort. Aber neues MCU oder was dann? Oder weiß man es noch gar nicht? Naja, ich mein ... Jetzt können wir ja so ein bisschen ... Hast du den ... Danny Boy, es gibt noch einen kleinen Kuchen zum 250. Du, dreh dich mal die Kamera, man sieht dich überhaupt. Man sieht nur den Arsch. Muss man da auch nicht. Da. Wo kommst du denn her? Ich hab mich aufgemacht, weil ich dachte, letztes Mal 250 Folgen und ihr habt das nicht gefeiert. Also dachte ich mir, ihr müsst das auch mal ein bisschen feiern. Also, für euch ... Und das Kreuz war die Hölle. Die hätte ich fast an die Wand geschmissen. Oliven? Nein, nein, das ist ein richtiger Kuchen. Hast du den selber gemacht oder gekauft? Nein, nein, hab ich gekauft. Aber das Plus hab ich rauf gemacht. Dann ess ich sie. Also, ich wünsch euch damit nur herzlichen Wunsch zum 250. Alles toll gemacht. Lieber Antje, lieber Eddie und vor allem natürlich lieber Danny Boy. Setz dich mal hin. Wenn ich mich hinsetzt, platzt das alles hier. Ich muss eigentlich wieder ins Bett. Das ist ja echt eine Überraschung jetzt. Kann man doch essen. Das ist heute der Tag, wo Leute irgendwo ... Soll ich messer und ist das Marzipan? Ist das Marzipan? Äh, das ist ... Ne, das ist Nuss. Eine Nusstorte. Geil. Sollen wir gemeinsam ausblasen? Jetzt fummelt doch nicht mit dem Finger. Ich dachte immer, du brauchst noch ein bisschen Bestätigung. Ne, blass. Ja komm, blass du die andere eine Seite und wir blasen beide die Mitte aus. Komm, blass einfach. Sehr schön. 250 Folgen. Vorne mit, Herr Schröckert. Ey, Andi, danke schön. Sehr gerne. Das ist eine Überraschung. Da muss ja auch mal was passieren. Weiß mal da rein, sag mir, was das ist. Das sind, glaube ich, wenn man die anfasst ... Ja, das sind, glaube ich, Dingens hier. Marzipan-Kugeln. Magst du nicht? Nein, ich bin keine Marzipan-Frau. Ich auch nicht. Es tut mir leid. Willst du Marzipan? Ich hasse Marzipan. Ich bin Lübeck. Ey, Andi. Ja, liebe ich Marzipan. Andi, der die Geste und alles andere zählt. Das ist wirklich schön. Das ist echt krass. Ja, ich dachte mir, irgendwie was Kleines muss man doch mal machen. Aber wo kommst du denn jetzt gerade her? Warst du schon die ganze Zeit da? Ja, ja. Ich hab die ganze Zeit den Scheiß hier. Was hast du als Letztes gesehen? Office. Läuft schon Friedrich der Kuscheltier im Kino, ja. Ja, der liebt. Ich hab schon, ne? Der liebt schon, ja. Ja, den hab ich gestern gesehen. Und? Oh Gott. Ich fand den nicht so schlimm, wie befürchtet. Aber er war halt überhaupt nicht unheimlich. Dann haben sie halt vier Geschichtspunkte umgedreht, um so ein bisschen Überraschungen einzubauen. Aber das hat uns auch nicht mehr wirklich geholfen. Ähm, ne? Also, Storyplot mit dem Jungen und der Töchter. Die ich Daniel damals irgendwie eine Minute, bevor das passiert ist, gespoilert. Weil ich davon ausgegangen bin, er weiß das. Und, äh, na ja. Aber Horrorfilm, Trailer zu gucken, ist halt immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Vor allem dann auch noch von einem Horrorfilm, den du schon kennst, ne? Und es ist wirklich, zu Anfang dachte ich, Alter, ist das ein 1-zu-1-Remake? Die arbeiten ja fast alles ab. Das Einzige, was sie noch addiert haben, ist, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod? Mutti sagt ja, Vati sagt weiß nicht. So, das ist. Und dann hat's die gleiche Geschichte wieder. Und den Untoten, also diesen Geist, den haben sie halt noch ein bisschen ... Juppe, der war doch auch ... Nee, der war auch, aber der hat irgendwie ... Also, in dem Vorgänger hat er irgendwie eine andere Funktion oder ein anderes Auftreten gehabt als jetzt in dem Neuen. In dem Neuen ist er fast ... Hat er ihn auch gewarnt im Alten, oder nicht? Ja, hat er auch, aber in dem Neuen wird er ja viel mehr als Schreckmoment noch ... Ey, aber der Alte ist so viel härter und fieser und unheimlicher. Und allein diese Schwester, die hat mir damals wirklich, ohne Scheiß, hat mir jahrelang einen schlechten Schlaf bereitet. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. Aber sei mal froh. Das ist im Neuen, ja, das ist auch ein bisschen unangenehm mit Schwesterherz und mit ... Ich weiß nicht, was die da hat, irgendeine Knochenkrankheit oder Rückgratverkrümmung oder so. Aber sie wird dann auch so als Schockeffekt irgendwie missbunden. Ja, ja. Und das ist halt schade. Ach so, da haben sie noch den Gag hier mit dem Essenslift noch eingebaut. Ansonsten ist es der gleiche Film, nur nicht ganz so gut. Ich mein, den kann man sich mal angucken. Ich fand den jetzt nicht total furchtbar. Das war so richtig so, das ist alles in Ordnung. Weißt du? Wenn du die Geschichte nicht kennst, guckst du sie an und denkst, na ja, gut, okay. Auch wenn das teilweise ein bisschen nach Studio aussieht, ein bisschen Trockenheit auf dem Boden mal wieder da. Vor allem ... Trockenheit. Ja, aber so wirkt das, ne? Wenn sie da durch den Wald tigern. Ich hab immer noch nicht verstanden, warum der Nachbar ihm überhaupt dann den Tipp gegeben hat. Das hab ich bis heute nicht verstanden. Auch schon damals nicht und jetzt auch wieder nicht. Hier ist ein Film für dich übrigens. Ach ja, genau, wir haben einen Film für dich. Oh, das ist ja fein. Du bist ja auf dem Kriegsfilm-Brind. Seit wann das denn? Hast du nicht so eine Zeit lang deine Kriegsfilme alle nachgeholt? Ja, aber das war mehr so Vietnam und sowas. Wusstest du das? Ja, ich wusste das. Ah, okay. Seit wann, seit, seit ... Wie lange hast du jetzt ... Halbe Stunde, ich war eine halbe Stunde. Halbe Stunde, okay. Also, dann hab ich auch zwischendurch immer mal so versucht, unerfällig auf die Uhr zu gucken. Warum wusstest du das? Weil ich gefragt hab, ob ich das mit der Regie abklär. Deshalb hast du mich gestern gefragt, ob ich heute hier bin. Ja, genau. Genau. Aber ich muss auch gleich wieder ins Bett. Also, so ist es nicht. Aber ich dachte mir ... Das ist eine sehr schöne Überraschung. Wo sind wir denn? 250 Folgen ist schon was ganz Besonderes. Und deswegen find ich das ... Jedes Jahr ein Marvel-Film oder ein Avatar-Film? Genau. Ach, habt ihr schon die Liste? Ja, wir sind jetzt grade dabei gewesen. Also, Marvel, nächstes Jahr Avatar, nächstes Jahr Marvel, äh, nicht Marvel. Star Wars. Marvel, Star Wars. Nein, Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars. Ist das toll? Ist mir egal. Ja, ehrlich gesagt. Also, ich hoffe, dass es genauso läuft wie mit Avatar, dass ich die ganze Zeit bis zum Start des Films denke, ey, ganz ehrlich, das spricht mich nicht an, was ich da sehe. Das ist einfach nicht für mich. Und dann sitze ich im Kino und denke so, große Story, ist mir egal, aber die Szenen sind toll. Die machen Spaß. Und das wird mir schon reichen heutzutage. So weit ist es schon gekommen. Das wird mir schon reichen, zu sagen, wenigstens ein paar gut und gute Szenen dabei. Ansonsten, Star Wars, ja, muss der nächste Teil zeigen. Also, mal sehen. Aber findest du das auch, sag ich mal, ich find's krass, dass Marvel einfach so komplett durchzieht. Also, da gibt's ja keine Pause, nichts. Phase 4, ne? Ist das jetzt, oder? Naja, jetzt, habt ihr den Spider-Man-Trailer gesehen? Nee. Nein. Wollt ihr den Spider-Man-Trailer? Nein, nein, nein. Willst du nicht sehen? Ich weiß nix drüber. Ich hab mich schon spoilern lassen, wer da mitspielt. Ich so, na toll, jetzt weiß ich das auch. Aber du willst ihn nicht sehen? Ungern. Wenn das für euch okay ist, würd ich mir den ungern angucken. Weil ich weiß gar nix. Und ich hab grade bei Infinity War das tolle Erlebnis gehabt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber zum Beispiel geht da jemand nach Japan und holt jemanden ab. Und ich wusste halt nicht, wer da holt. Endgame meinst du? Entschuldigung, bei Endgame, genau. Fährt jemand nach Japan und holt jemanden ab. Und das war so, das sind so kleine Überraschungen. Ich denk so, ach, das macht der jetzt und das macht ... Alle wussten das von dem Trailer. Ich wusste es nicht, für mich war es eine nette, kleine Überraschung. Ja, aber ich wusste es zum Beispiel vorm Trailer. Es macht keinen großen Unterschied. Aber das summiert sich, wenn du halt ... Das machen wir jetzt, oder ich versuch's jetzt seit zwei Jahren möglichst wenig, wenn ich einmal interessiert bin an einem Film. Ich bin immer hin und her gerissen, weil für mich ist Vorfreude auch ... Das stimmt, das stimmt. Also Vorfreude gehört halt für mich auch oft schon mit zu dem, was letztendlich den Film ausmacht. Und grade bei so Blockbustern, die so schon früh angekündigt werden und so. Also grade Star Wars, diese Trailer, die einen irgendwie geil machen und Fan-Theorien im Kopf und so. Versus, scheiße, jetzt hab ich schon eine geile Szene gesehen. Aber, aber, der Haken daran ist auch, ist das, was wir grade bei Game of Thrones miterleben, ne? Wenn es so viele Fan-Theorien zu irgendwas gibt und die Fan-Theorien sind richtig toll und du freust dich auf einen großen Fist, wäre das nicht möglich, dass der wirklich von der ist. Der Film ist schlechter als die Fan-Theorien. Oder die Serie. Und wenn du dann ein paar handwertliche Fehler auch noch machst, was sie offensichtlich seit zwei Staffeln ein bisschen machen ... Darauf einen Kaffee. Dann ist es halt enttäuschend. Und das ist halt schade. Ja. Was wäre, wenn Bran in Wirklichkeit der Night King und ... Alter, wär das geil. Das war doch schon bei Lost so, wo die wildesten Theorien ... Na gut, bei Lost haben sie, da war ja alles egal. Apropos Fan-Ding, ihr habt ja auch, habt ihr diesen Kampf zwischen Obi und Darth Vader? Ja, ja, ja. Geil, Alter. Aber der ist schon ein bisschen älter, kann das sein? Echt? Also ich meine, ich hab das schon einmal mitbekommen. Ich find aber, dass es echt sympathisch gemacht. Ja, das ist echt gut gemacht. Also sehr hochwertig und trotzdem ohne irgendwie jetzt sozusagen die Essenz des Ganzen zu nehmen, weil's ja auch so nimmt. Aber es war jetzt einfach eine zeitgemäße Umsetzung. Und es hat einfach so in den Kanonen, wie sich als Star Wars durch die Prequels und die neue Trilogie entwickelt hat, wirkt es nicht so ganz out of touch. Und ich fand's irgendwie ... Vor allem, was wäre das ein Auftritt gewesen von Darth Vader? Was für ein Respekt hättest du nach dem ersten, also nach der Szene? Und es ist halt auch konsequent, wenn du die Endszene von Rogue One nimmst, das passt ganz gut zu diesem Darth Vader, den sie da zeigen. Ich fand nur, sie hätten das ein bisschen smarter machen können, sie hätten sich halt an einem Kameralook von damals mehr orientieren können. Ja, ne? Man merkt so ein bisschen den Bruch. Also das Licht und so. Ich mein, klar, dass das alles CGI rundherum ist. Ist ja cool. Ist ein tolles Experiment und ich find das so was immer spaßig und so. Aber es geht halt nicht gerade, wenn du hin- und herschneidest zwischen Originalszenen und dann neuen Szenen oder Szenen, wo sie halt Obi-Wans Gesicht da reingebaut haben und alles rundherum sieht aus wie aus einem J.J. Abrams-Film. Dann ist es ein bisschen ... Ja, Leute, ich weiß, ihr wollt machen, dass es cool aussieht, aber es muss halt auch zum Rest matchen, wenn Luke und Han zwei Minuten früher durch die Gänge laufen. Dann müssen die Gänge auch so aussehen. In 30 Jahren kommt ja eh das große Star-Wars-Reboot und dann werden die Filme noch mal neu gemacht. Ja, ganz ehrlich, ich glaub das auch. Ich glaub das auch. Ja, klar kommt das. In 30 Jahren. Ey, die haben da irgendwie ... Eine komplett neue Generation an Menschen. Ja. Erstmal kommt 2026 der vorerst letzte. So viel steht bisher. Wie viele letzte Teile kannst du denn überhaupt rausbringen? Von welcher Trilogie? Von der neuen Trilogie? Nee, wir wissen ... Also das ist alles ... Keine Ahnung. Aber sag mir doch mal eins, was ich auch nicht verstanden habe. Hab ich das richtig gesehen, dass es da auch Doctor Strange-Filme und Black-Panther-Filme gibt? Weil das raffe ich nicht so ganz. Bei Star Wars? Nee. Nee, ich glaub in dieser Liste stand doch irgendwas von Marvel Strange oder ... Ja, aber warum denn nicht? Also ein zweiter Doctor Strange-Film ist ja schon lange geplant. Warum sollten sie ... Genauso wie ein Black Panther ist auch ein zweiter geplant. Aber warum sollten sie denn nicht weitere Black-Panther-Filme? Nee, warte mal, ich hab grad falsch gedacht. Stimmt. Wer fehlt denn? Irgendwer wurde aufgezählt, von dem ich dachte, Moment mal, da muss das ja ein Prequel sein oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Black Widow, genau. Was ist mit Black Widow? Wird das später dann auch in den 90ern? Ich denk mal, das wird die Vorgeschichte werden. Genauso wie bei Captain Marvel. Wie sieht's, wie er an 9-Millimeter-Knarre gekommen ist? Hattest du das nicht gesagt, dass das wahrscheinlich dann der Film über die Zeit in Ruderpest sein wird? Genau. Was ich schon mehrmals erwähnt wurde? Aber ich mein, den Film haben wir doch grad bekommen. Ist sie da nicht die Hauptstellung? Ach nee. Du meinst Red Sparrow? Nein. Das war J-Law. Das war J-Law. Jetzt wird dir aber alles durch seine Gefeuert. Andi, du bist zu spät gekommen. Was heißt, ich wollte ja nur ganz kurz das reinbringen als Rausschmeißer. Und jetzt können wir auch keinen Trailer mehr gucken. Einen können wir noch, oder, liebe Regie? Was kommt denn da? Kino Plus donnerstags. Nee, heute kommt irgendwas. Was kommt heute? Irgendwas. Heute kommt noch was Wichtiges, ne? Ja. Okay. Oder? Ja, ne? Ja. Deswegen, ich ... Toll, danke, Andi. Ja, ein bisschen was zu essen. Ja, in diesem Sinne dann, ja, danke, Andi, für den Kuchen. Danke für den Kuchen. Geht ins Kino, schaut ... Filmfeiz morgen. Filmfeiz. Filmfeiz morgen, ja. Mit Antje, mit Tino. Ich hab mir die Fragen ausgedacht. Und hier ist das Gesicht, wie begeistert Antje von meinen Fragen ist. Ich fühl mich boykottiert auch. Ja. In einer gewissen Weise. Aber die Fragen waren auch, komm. Ja, hättest du dir echt noch mal Mühe geben können. Hättest du dir auch echt noch mal zwei Minuten drüber. Ich find die Fragen megageil. Und ich kann euch auch gründen, warum. Weil es muss nicht immer schmanzi-fancy sein, sondern es können auch einfach mal simple Fragen sein, die wir aber einfach beantwortet haben wollen. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, das hast du mir eben gesteckt, dass du eigentlich nach einem Game of Thrones Spin-off fragen wolltest. Ich wollte eigentlich pitch ein Game of Thrones Spin-off. Ja, da wär ich so verloren gewesen. Ich würd grad sagen, wenn du die Bücher nicht kennst, bist du da raus, oder? Ja, sie kennen noch nicht mal die Serie. Naja, die anderthalb Staffeln hab ich gesehen. Okay. Also bist du gerade ausgestiegen, als es anfing geil zu werden. Aber das sagt dir wahrscheinlich jeder. Hey, wir sagen ja mal, tschüss. Wir sehen uns morgen Abend bei Filmfights. Antje und Tino und Florentin. Ich mach Jury. Wow, das ist ja mal was. Und am Samstag gibt's unseren Japan-Report Teil 1 mit Ryan Reynolds, Rob Letterman und allem Scheiß, den wir bisher oder bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Oder wie du ihn nennst, Bob Letterman. Bob Letterman, genau. Ich war so kurz davor, ihm Bob Letterman zu spielen. Es war unangenehm für alle. Ich weiß. Vor allem für mich. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.